2023, als die VC und Startup-Szene am Boden war, haben wir eine große Finanzierungsrunde gemacht. Wir sind zu vielen Sachen gegen den Turf. Jeder Experte, jeder Investor hat uns abgeraten, in den Mittelstand zu gehen. Wir haben die erste Million IAA, je nachdem, wie man es rechnet, zweieinhalb, drei Jahre wahrscheinlich, gebraucht. Die besten Channels da für uns sind wahrscheinlich Webinare, funktionieren super, wo wir einfach auch Kundenbeispiele zeigen. Nächste Woche sind da 700 Leute drin in einem Webinar. Wie wir unsere ersten Kunden gewonnen haben, und ich würde es auch jederzeit wieder machen, ist Cold auf LinkedIn, den Leuten schreiben. Wenn du das als Gründer, Gründerin nicht kannst, mit allen Mitteln aller Zeit der Welt die ersten fünf Kunden zu überzeugen, dann glaube ich, wird das auch später schwierig. Ich glaube, das ist eher eine Gefahr, weil das ist nicht, wie du repliziert, skalierbar Sales am Ende machen kannst. Ambitionierte Leute brauchen Freiraum. Die werden schon ihre eigenen Learnings machen, die werden ihre eigenen Sachen machen. Und wenn die die volle Ownership haben, tun die auch alles dafür, dass es erfolgreich wird. Wenn du Fehler machst, brauchst du Urgency. Es muss morgen besser sein. Du musst einfach gewinnen wollen. Wenn du Leistung zeigst, kannst du hier alles erreichen. Dieses Wachstum zu stemmen, erfordert einfach eine sehr funktionierende Talent Acquisition Organisation. Ich glaube, du kannst nur erfolgreich werden, wenn du die besten Leute in deinem Team hast. Im Junioren-Segment, da haben wir die besten Leute bekommen. Das sind bis heute, die die Taktor tragen. Die Downside ist, du musst ein bisschen mehr lernen, aber wir können uns auch basically aussuchen, wer jetzt dazukommt. Wir haben eine nahezu 100% Offer-Conversion. Ich habe so eine Aversion gegen Leute, die strategisch arbeiten wollen. Du bist eigentlich der, der das Team trägt und pusht und nicht derjenige, der irgendwie vorne steht und sagt, was zu tun ist. Guck dir die Startups hier an Celones. Vorreichste deutsche Software-Unternehmen. Ist das replizierbar? Nein. Und ich glaube, den Fehler, dich in irgendein Cluster zu stecken, weil du irgendwie so ein Idealbild davon hast und die Realität ist, das gibt es nicht. Viel, viel, viel wichtiger als diese Benchmarking-Sichtweise ist. Taktor hat in 2023 die wohl kompetitivste Finanzierungsrunde in Deutschland gemacht. Wahrscheinlich sogar auch in Europa, gerade wenn wir uns die frühere Phase angucken. Dabei eingestiegen sind Sequoia Capital und Index Ventures. Zwei Fonds, die nicht so häufig gemeinsam in Deutschland investieren. Und deswegen sollten wir uns einmal anschauen, was macht Taktor überhaupt. Taktor ist eine Software für den produzierenden Mittelstand, um Lieferanten und Lieferkette digital zu verwalten und durch die Einführung der Software und ihrer Features im Einkauf auf der einen Seite Prozesse zu digitalisieren, aber auch konsequent Geld zu sparen durch die richtigen Signale. Taktor wurde Anfang 2020 gegründet und hat inzwischen eine dreistellige Zahl an Kunden gewonnen. Heute arbeiten im Taktor-Team mehr als 70 Mitarbeitende und die Firma wächst fleißig weiter. Im Podcast sprechen wir natürlich über die Finanzierungsrunde mit Sequoia und Index Ventures. Wie konsequent André und sein Team die Co-Development-Partnerschaften gemanagt haben und was du daraus lernen kannst, wenn du mit Mittelstand oder auch Enterprise, also Industrie, an sich wirklich ein Produkt entwickeln möchtest. Weil ich glaube, dass der Prozess von André und dem Taktor-Team hier extrem gut war. Die Learnings aus den ersten viereinhalb Jahren Go-To-Market im Mittelstand, der ersten Skalierung, sowie die ersten Erfahrungen als First-Time-Manager, die Do's and Don'ts im Hiring und Recruiting, das Einziehen der ersten Management-Ebene. Aber auch Mitarbeiterbeteiligungen sind für die aktuelle Phase von Taktor besonders interessant, denn ehrlicherweise viel Geld, mehr als 50 Millionen, die in eine Firma fließen, führen dazu, dass eine hohe Bewertung vorhanden ist. So, jetzt, wie inzentiviere ich die Mitarbeiter durch Anteile? Wie managt Taktor das eigentlich in den Gesprächen? Wie designt André und auch das gesamte Team Angebote für Kandidaten, die sie wirklich überzeugen wollen? Das alles besprechen wir in der heutigen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und hier kommt André Petri von Taktor. André, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery. Hi Fabian, freut mich. Du, ich glaube, bevor wir alles, um alles, worüber wir sprechen könnten, irgendwie einmal darauf zurückzukommen, wo das mit Taktor eigentlich begonnen hat. Ich glaube, eine Frage, die da ganz gut passen kann, so, welchen Key-Insight hattet ihr, um dann zu sagen, okay, alles, was wir heute bauen, basiert eigentlich darauf, was wir in dieser Zeit gelernt haben. Das sind die Erkenntnisse aus Kundengesprächen etc. Deswegen bauen wir Taktor. Ja, ich glaube, es sind zwei Sachen, um ehrlich zu sein. Das eine ist, ich habe den Glauben daran, dass, wenn ich hier in Deutschland, in Europa eine Tech-Company bauen möchte, das riesigste oder das größte Potenzial einfach in der Zusammenarbeit zwischen Industrie, das heißt gerade mittelständischer Industrie, dort, wo ein Großteil der deutschen Wertschöpfung herkommt, wo die meisten Arbeitsplätze dranhängen, wo wir auch als Deutschland in der Welt bekannt sind und der Tech-Welt. Also da die Zusammenarbeit, da glaube ich sehr dran, dass da ein Potenzial ist, ein riesiger Bedarf und auch was, was unser Ökosystem, unser Innovationsökosystem in Europa prägen und ausmachen kann, wo wir wirklich Vorreiter sein können. Das ist die eine Sache, das ist ein Glaube, den habe ich sehr lange und die andere Sache, als wir mit Taktor angefangen haben, das war Anfang 2020, kurz vor Corona, da war das Thema Lieferketten wahrscheinlich das Thema, das alle in der Industrie Mittelstand gerade umgetrieben hat, weil ich das Ganze sehr stiefmütterlich behandelt habe in der Vergangenheit, aber ich gemerkt habe, die Lieferketten, der Einkauf, das ist mit einer der Hauptwerthebel im Unternehmen, jedes mittelständische Industrieunternehmen, das irgendein physisches Produkt herstellt, hat ungefähr 50% Einkaufskosten, das heißt 50% aller Umsätze werden im Einkauf ausgegeben, eine unglaubliche Komplexität in Sachen Lieferkette, heißt tausende Lieferanten, 10.000 Artikel, die ich, Produktionsmaterialien, die ich einkaufe, um irgendein physisches Gut herzustellen und ich habe das Ganze wirklich noch in Excel gemanagt und da haben wir gedacht und das ist glaube ich der, sage ich mal, Key Insight, warum es dann zu Taktor geführt hat, das kann nicht sein, das ist ein riesiges Optimierungspotenzial mit all den Daten, die eigentlich zusammenzubringen, dann auch mit maschinellem Lernen, mit KI da wirklich Insights zu generieren, um bessere Entscheidungen zu treffen und diese 50% Einkaufskosten zu optimieren und das war und ist bis heute der Haupttreiber für Taktor. Wenn ich ganz auf kurze Art und Weise verstehen will, wo Taktor heute steht, was muss ich über euch wissen? Ja, ich glaube, wir sind dem treu geblieben, was wir damals gesagt haben. Jetzt sind wir mittlerweile wahrscheinlich von dem kleinen Startup der Bastlerbude, sage ich immer, in unserem Segment einer der Marktführer, Innovationsführer auf jeden Fall gewesen. Ich glaube, man kennt uns jetzt in der mittelständischen Industrie, ein etabliertes Unternehmen hier, haben mittlerweile eine gute dreistellige Anzahl an Kunden und können jetzt wirklich mit auch der letzten Finanzierungsrunde auch wirklich auf unsere Vision einzahlen und bauen. Und ich glaube, da stehen wir heute und das macht sehr Spaß, weil man nicht mehr nur einen viel größeren Impact, sage ich mal, hat, weil jetzt sind wir 70 Leute ungefähr und können da wirklich Mehrwert für unsere Kunden schaffen und das macht mir sehr viel Spaß. Ohne, dass wir jetzt alle Zahlen ins letzte Detail beleuchten müssen, aber was bedeutet für dich, jetzt eine solide Firma, ein solides Unternehmen zu sein? Ja, ich glaube, meine Ambition oder auch meine Vorstellung von Unternehmertum war und ist auch immer noch, ein Unternehmen zu bauen, ein Produkt zu bauen, das Mehrwert schafft. Und das heißt aber auch, dass ich ein, ich sage mal, ein nachhaltiges Unternehmen schaffe und ich glaube, das wird auch in den letzten Jahren oft vergessen, aber am Ende bin ich als Unternehmer und ich als Unternehmen dafür da, dass ich solide Financials habe, dass ich ein Produkt schaffe, das Mehrwert schafft. Und Mehrwert im B2B-Segment heißt, dass das Umsatz generiert, Value generiert bei den Kunden und dass ich da einfach ein Unternehmen schaffe, das ich auch irgendwie tragen kann, das ein solider Arbeit oder ein sehr guter Culture, ein sehr guter Arbeitsplatz für die Mitarbeiter hat und gleichzeitig eben ein Produkt, das Mehrwert schafft. Das sind immer die zwei Faktoren, ich glaube, das habe ich von den HubSpot-Gründern, die ich sehr inspirierend finde, dass ein Unternehmen letztendlich dafür da ist, einmal hat zwei Produkte, eins für die Kunden, für die Endkunden und einmal für die Kultur, für die Mitarbeiter und das Ganze wird getragen durch wirklich ein funktionierendes Unternehmen, das sich nicht nur durch, sage ich mal, Investorengelder finanziert, sondern auch durch eben das Produkt, das ich baue. Du wirst mir jetzt nicht verraten, wie viel Umsatz ihr genau macht, aber ich würde behaupten, dass ihr dann wahrscheinlich erstmal euch auf einem guten Weg befinden solltet. Ich werde dich nachher noch irgendwann fragen, wie lange ihr für die erste Million EAA gebraucht habt, aber ich werde nicht viel mehr fragen, wo ihr jetzt genau im Korridor seid, außer du willst es kommentieren, aber welche Art oder von Druck verspürst du jetzt als Gründer einer Firma mit aus der letzten Finanzierungsrunde 50 Millionen, dann gab es davor noch Geld und dann 70 Mitarbeitende, dann irgendwie wollen Investoren, dass man bis zu einem gewissen Grad wächst, dann irgendwie Kunden, dann muss das alles mehr werden und welche Art von Druck verspürst du? Ja, natürlich hast du Druck von vielen Seiten, du hast Investoren angesprochen, das Gleiche ist ja auch irgendwo Mitarbeiter, die eine Erwartungshaltung haben, auf der einen Seite ambitioniert zu werden wollen, auf der anderen Seite natürlich auch einfach irgendwo auch sicheren Arbeitsplatz. Und Kunden, die auch genauso Druck ausüben, weil man natürlich immer das Produkt weiterentwickelt, hier funktioniert mal was nicht, da funktioniert mal was nicht. Das heißt, für mich ist das einfach, sage ich mal, das ist der Alltag. Ich habe auch unseren Mitarbeitern, habe ich letzte Woche gesagt, vor ein paar Jahren habe ich Angela Merkel auf, ja, hat einen Gipfel getroffen und da war noch Harari, der Schriftsteller, auch noch da. Und da war gerade die, ja, griechische Krise rund um Schulden und da war der, ich weiß nicht, ob es der Sprecher oder der Begleiter von Angela Merkel meinte, die ganze Zeit müssen jetzt zurück, so das ist eine wichtige Sitzung und da war wirklich was, die Nachrichten angeschaltet, alles war, alles ging den Bach runter und da hat Angela Merkel gesagt, Du, das ist für mich ein normaler Tag, das wird nächste Woche genauso sein, das ist mein Lieblingsschriftsteller, ich nehme jetzt die Stunde. Und ich glaube, das ist so, was ich damit sagen will, das ist das Mindset, ich glaube, das ist für mich, das ist der Job, wir gehen einen Berg rauf und ich kann entweder sagen, oh, das ist so steil und das ist so hoch oder ich sage, ich nehme die Challenge an, ich mag Bergsteigen, ich habe da Lust drauf und genau so ist das bei mir, deshalb natürlich habe ich Druck, natürlich wollen die Investoren, dass wir schneller wachsen, natürlich wollen die Kunden, dass wir das Produkt besser, tiefer bauen, natürlich wollen die Mitarbeiter, ja, auch eigentlich diese, der noch am alleinsten würde ich sagen, auch sehr ambitioniert, aber ich denke, das ist mein Job und darauf lasse ich mich ein und ich glaube, wie ich damit cope oder wie ich damit umgehe ist, ich verstelle mich nicht, ich habe auch den Investoren, ich sage da, was ich denke, ich sage denen, das hier ist, was ich glaube, wir erreichen können, das nicht, ich lasse mich da nirgends reinpressen, ich sehe mich auch persönlich nicht als, wie jeder bei den Investoren noch, wo sonst wo, als, sage ich mal, der Ausführer, sondern wir bauen hier ein Unternehmen und haben da super Supporter auf Investorenseite, auf Mitarbeiterseite, auf Kundenseite und wir kriegen das auch zusammen hin und ich versuche da sehr, sehr transparent zu sagen, da sind die Probleme, das müssen wir jetzt erstmal lösen, ansonsten können wir dies auch nicht tun und ich glaube, dadurch kann man jeden mitnehmen, ich glaube, man kommt nur in eine blöde Situation, wenn man im Fundraising, aber auch allgemein in der Kommunikation Sachen verspricht, die utopisch sind, die man nicht halten kann, die auch oft wahrscheinlich ein bisschen unehrlich oder übertrieben sind und das machen wir nicht und dadurch, glaube ich, haben wir auch nicht diese, diese inherenten Konflikte, sondern du hast eine Zusammenarbeit und jeder, jeder zieht da an einem Strang, weil am Ende wollen wir ja alle ein funktionierendes, großes, gutes Unternehmen bauen und darauf können wir uns auch verlassen, zumindest bis jetzt, ich weiß nicht, was kommt, aber so gehe ich damit um. Ich meine, du hast gerade angesprochen, so Finanzierungsrunde und Investoren und ich glaube, jeder, der sich in der deutschen Startup-Szene irgendwie so ein bisschen umhört, umschaut, der hat viel mitbekommen rund um letzte Finanzierungsrunde, weil ehrlicherweise hatte ich euch nicht auf dem Schirm, bis auf einmal, also klar verfolge ich, also ich habe den Namen vorher gehört, aber ich habe es nicht so hart verfolgt wie danach vielleicht, auf einmal kommen irgendwie Sequoia und einfach große Namen da rein, was in deutschen Firmen jetzt nicht der Standard ist und dann große Finanzierungsrunde, viel Rumors, wie das jetzt genau gelaufen ist, da werden wir wahrscheinlich nie reinkommen, leider, auch wenn ich es gerne verstehen würde, vielleicht mal irgendwann off the record, aber ich glaube, was sich viele fragen, ist ja trotzdem gar nicht mal das allerletzte Detail, wie sieht dann die Orchestration aus, dass das, wer, wann, wie, wo, was, sondern vielmehr auch, wie schaffe ich es überhaupt, dahin zu kommen, dass solche Namen sagen, okay, das will ich machen und dann auch in der Vielzahl, im Sinne von das 2 in der Größenordnung, weil, wenn man sich anguckt, egal wie ihr die Runde intern nennt und egal, also ihr habt davor knapp über 5 Millionen an Kapital bekommen und auf einmal kommen da 50 Millionen dazu, das ist in einem Jahr 2023, wo die Runde stattgefunden hat, nicht der Standard. Dementsprechend, da muss ja irgendwas passiert sein, was dazu geführt hat, dass die Investoren sagen, hey, auf jeden Fall, da wollen wir dabei sein. Und ich glaube, es ist für Leute und auch Gründer, Gründerinnen, die sich, die gar nicht wissen, die Oda Taktow vielleicht auch vorher nicht auf dem Schirm hatten, einfach schwer zu begreifen, wo kommt das her? Ja, ich glaube, die interessante Sache ist, ich glaube, ich hatte es eben schon mal gesagt, wir haben mit Taktow immer versucht, ja, einfach nur auf unseren Value, den wir mit dem Unternehmen schaffen, das heißt, am Anfang ist es hauptsächlich dein Produkt, nur darauf uns zu fokussieren. Ich habe keine öffentlichen Auftritte gemacht, habe keine Sachen getan, sondern wir haben immer gesagt, das Einzige, was zählt in der Prüfphase, bis du zum Product-Market-Fit kommt, ist, Kunden zu sprechen, das Produkt zu bauen. Das hört sich sehr cheesy an, weil das sagt ja wahrscheinlich jeder, aber ich glaube, fast keiner macht das tatsächlich. Und deshalb war uns nie so wichtig, dass wir jetzt irgendwie da einen großen Namen haben. Ich bin auch jetzt noch so, ich glaube, hier ist die erste Podcast-Aufnahme, ich will da gar nicht so im Rampenlicht unbedingt stehen, sondern mir macht es Spaß, das Unternehmen, das Produkt zu bauen und unseren Kunden zu sprechen, unseren Mitarbeitern. Und ich glaube, das war letztendlich auch der Key, sage ich mal, weil wir hatten dann Ende letzten Jahres, konntest du jede Zahl, jede KPI, konntest du benchmarken und wir wahrscheinlich ein Top-Perzentil. Das heißt, also da hat einfach funktioniert, was wir gemacht haben. Wir waren 20 Leute, wir waren teilweise letztes Jahr Cashflow-Positiv. Auch zu deinen Umsatzzahlen. So, das glaube ich, findest du in unserem Segment oder im Software-Segment, Series A, sage ich mal, eigentlich nicht. Das heißt, also das war die eine Seite, der, ich sage mal, im Investoren spricht, dieser Case hat einfach in die Rent, war er stimmig. Sondern du hattest irgendwie Zahlen, die sagen konnten, hey, da ist irgendwas, das funktioniert. Das ist die eine Sache, was mir auch sehr viel Conviction angegeben hat, die Kunden nutzen das. Die Kunden ziehen da wirklich Mehrwert draus. Die Investoren auch konnten mit Kunden sprechen und das haben sie teilweise schon seit Jahren getan. Ich sage mal, Sequoia, ganz interessant, der einzige gemeinsame Kontakt auf LinkedIn mit Charlie von Sequoia, ein Partner aus den USA, der vor zwei, drei Jahren schon eine Idee über TACTO gemacht hat. Und mir war Matthias Schlotter, der Einkaufsleiter von Schwäbische Werkzeugmaschinen, einem unserer ersten Kunden, weil Sequoia einfach schon seit Jahren, ich sage mal, im Hintergrund uns und unser Segment beäugt hat. Und da, warum ich das erzähle, Sequoia hat uns auch zwischenzeitlich 20 Mal angeschrieben und hat gesagt, hey, können wir nicht mal quatschen. Und ich meinte immer, nee, wir bauen hier unser Produkt, das bringt mir gerade nichts. Das ist ganz nett, aber also wir müssen hier unser Produkt weiterbauen. Das ist jetzt gerade nur Ablenkung. Aber dadurch hatten die natürlich und Index genauso und andere auch, hatten natürlich schon auch viel der Teile der DD schon gemacht, also DD, Due Diligence, das ist so die Vorarbeit, die die Investoren machen, bevor sie investieren. Hatten also vieles davon schon gemacht, mit unseren Kunden über Jahre schon gesprochen und die waren alle auch nach Jahren noch dabei. Und ich glaube, die Zahlen haben gestimmt, die Kunden haben sehr positiv von uns gesprochen. Ich meine, das ist der beste Indikator und nicht nur die zwei, die wir da irgendwie als Referenz nennen, sondern das große der Kunden. Und dann natürlich diese, der einfach, und das darf man nicht unterschätzen, ich glaube, was wir bauen, da findest du weltweit wenige direkte Wettbewerber. Und das liegt daran, mit uns sind, glaube ich, zehn andere Procurement-Startups damals gestartet. Jeder Investor hat uns immer gesagt, macht auf keinen Fall Mittelstand. Jeder Experte hat gesagt, macht auf keinen Fall Mittelstand. Industrie, oh nee, so lange Sales Cycle und so weiter. Und wir haben da auf den Markt geguckt und auf die Sache und haben gesagt, hey, und das ist noch oft in der deutschen Startup-Szene leider so, es macht hier keinen Sinn, irgendein US-Modell zu kopieren oder so, weil in den USA habe ich einen ganz anderen Markt. Da hat jeder, der im Bereich Procurement, Supply-Chains unterwegs war, hat an andere Tech-Unternehmen irgendwas verkauft. Das heißt, wenn ich hier den Tisch hier einkaufe oder das Mikrofon, dann kann ich das über diese Procurement-Software machen. Das ist in Deutschland, Europa, ist dieser Markt nicht existent. Wie viele skalierte Tech-Unternehmen habe ich hier? Kaum welche. Aber was ich hier habe, ist die Industrie. Das ist unser Wertschöpfungssektor. Da haben wir gesagt, da ist Procurement, Supply-Chains, da ist es wirklich relevant, weil das ist nicht irgendeine Site-Funktion, die eigentlich keinen interessiert, sondern ich kann kein physisches Produkt herstellen. Das Mikrofon, die hat wahrscheinlich 200 verschiedene Teile, Kunststoffteile, Metallteile, Elektronik und so weiter. Ich kann nichts davon herstellen, wenn ich nicht eine funktionierende Lieferkette, einen funktionierenden Einkauf habe. Das ist ein riesiger Werthebel für diese Unternehmen. Da sollten wir was bauen, da wollen wir was bauen, da suchen die Unternehmen was. Und das tun wir so, auch wenn uns jeder davon abgeraten hat. Und ich glaube, das war am Ende das Ding, weshalb wir eine sehr einzigartige Value Proposition, sehr einzigartiges Produkt auch irgendwo haben, was sehr schwer zu replizieren ist und was auch wenig Wettbewerbs sozusagen hatte. Jetzt natürlich ist das Fadenkreuz auf uns im Kopf, aber jetzt haben wir vier, fünf Jahre Vorsprung und haben eigentlich den deutschen Markt schon erobert. Und ich glaube, diese Mischung, das heißt also, wir haben einen sehr, sehr sinnvollen, sehr klaren Mehrwert, den wir mit unserem Produkt schaffen, in der Kernwertschöpfungsfunktion von Unternehmen, einem riesigen Sektor, haben die Zahlen, um das Ganze auch zu unterlegen, dass es stimmt, was wir sagen, und ein Team, das das Ganze mit aufgebaut hat. Das ganze Team hat das Unternehmen getragen, da konntest du mit jedem sprechen, die brennen für Takt, die brennen für die Mission. Und auch da nicht, glaube ich, weil wir so im Spotlight waren, sondern weil die wirklich daran glauben, an das Produkt, an unsere Vision da, was wir machen wollen und Kunden, die genauso Supporter sind. Und ich glaube, dieser ganze Misch hat letztendlich dazu geführt, dass das Ganze super attraktiv ist und war, auch für Investoren. Und deshalb lustigerweise hat unsere Mindset von, ich will hier keinen Investor-Case bauen, ich will ein gutes Unternehmen bauen, hat dazu geführt, dass wir wahrscheinlich letztes Jahr der beste Investor-Case waren. Und das hat dann auch zu der ganzen Runde und der Dynamik geführt. Warum 50 Millionen? Ich glaube, für mich ist sehr unklar, wie sich jetzt der ganze Venture-Capital-Markt in den nächsten Jahren entwickelt. Weil ich glaube, durch die Jahre, wie soll man das nennen, die wilden Jahre, wo wir übrigens auch nie mitgespielt haben, wir haben immer gesagt, wir machen hier keinen Hype-Cycle mit, sondern bauen unser Produkt. Ihr seid da oben, macht ihr das, da unten fällt dann jeder wieder. Wir versuchen einfach kontinuierlich hier weiterzubauen und lassen es sich nicht blenden. Und deshalb haben wir für mich auch die Entscheidung getroffen, eine Sache, die ich persönlich nicht so mag, ich liebe das Start-up-Bauen, ich liebe die Szene, in der wir sind. Eine Sache, die glaube ich eher kontraproduktiv oft ist, ist so dieses von Runde zu Runde denken, dieses kurzfristige Optimieren. So, na, hier habe ich wieder, jetzt muss ich irgendwelche Zahlen zeigen und so weiter. Ich glaube, das ist kontraproduktiv. Da nehme ich mir eigentlich eher bei unseren Kunden, bei den Familienunternehmen Beispiel, die viel langfristiger eigentlich Investitionen durchdenken, viel langfristiger arbeiten. Und die 50 Millionen jetzt, ist jetzt nicht so, dass wir planen, das dieses Jahr auszugeben, sondern ich kann das über die nächsten Jahre investieren, kann hier wirklich ein Unternehmen bauen, das Mehrwert schafft und langfristige Entscheidungen treffen, ohne immer kurzfristig optimieren zu müssen. Und das gibt uns einfach die Möglichkeit dafür und deshalb haben wir das auch gemacht. Und gleichzeitig glaube ich immer, wird wahrscheinlich deine nächste Frage sein, dann ist immer, ja, und das ist dann zu viel Geld und dann kriegt man das jemals wieder rein und dann hast du so eine hohe Degradation Preference und was auch immer, solche Sachen. Ich glaube, das kommt immer darauf an, so wie die Gründer, Gründerinnen agieren. Bei uns, so wie du merkst, ich ziehe nicht so viel aus Selbstdarstellung. Ich mag das Unternehmen bauen, ich treffe wirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen und deshalb haben wir das auch mit allen unseren Bestandsinvestoren, mit unseren Business Angels und so weiter durchgesprochen. Ich glaube, die Gefahr ist immer, wenn du zu viel Geld aufnimmst, dass du auf einmal bloated wirst. Das heißt also, du gibst einfach Geld für Sachen aus, die nicht sinnvoll sind. Du hast auf einmal Gehaltsstrukturen, die nicht mehr tragbar sind. Du bist einfach gar nicht mehr, denkst nicht mehr so unternehmerisch. Und da denke ich, bei uns ist die Gefahr nicht so hoch. Also im Sinne von, bei uns hat sich nichts geändert. Ich meine, wir sitzen hier im Personio-Office, weil unser Office noch nicht genügend gute Meetingräume hat. Und ich glaube, da sind wir einfach als Art von Person, wir als Gründer, aber auch das ganze Team, läuft hier jetzt nicht durch die Straßen Münchens und sagt, hier cool, hier ist die Koja und hier Index auf der einen Seite, super, sondern wir wollen das Unternehmen aufbauen. Und deshalb sehe ich da wenig Gefahr, dass wir jetzt einfach sehr unwirtschaftlich werden, sondern das gibt uns viele Chancen, viele Möglichkeiten für die Zukunft. Und dieses Mindset von, dieses Geiz-Mindset, das man auch einfach hat, muss man haben, das haben wir in uns drin und das werden wir auch beibehalten, weil wir investieren aggressiv, opportunistisch, wenn wir sagen, hey, wir können dadurch schnell erwachsen, wir können mehr Mehrwert für unsere Kunden schaffen, dann gehe ich da all in. Aber gleichzeitig mache ich das nicht aufgrund von Erwartungshaltungen oder sonst was, wenn ich jetzt denke, okay, ja, unsere Investoren erwarten zwar das und das, das ist aber gerade nicht möglich, nicht abbildbar, nicht, weil wir nicht aggressiv genug sind, sondern einfach, weil zum Beispiel das Produkt noch hier und da ein paar Macken hat, dann kommuniziere ich das auch so. Und deshalb denke ich, ist das für uns eine riesige Chance mit relativ wenig Downsides. Und daher haben wir das gemacht und haben das auch übrigens den Investoren so kommuniziert. Meinten wir auch, hey, wir brauchen das Geld jetzt nicht dieses Jahr, nächstes Jahr. Dadurch, wir können jetzt auch nicht einfach doppelt so viel ausgeben, investieren und dann wachsen wir dreimal so schnell, sondern wir werden das Stück für Stück weiter aufbauen. Natürlich haben wir auch ambitionierte Wachstumsziele. Aber das ist die Kommunikation an die Investoren und hat hier den Bein gegeben und hat gesagt, okay, wir sind da dabei, wir wollen das genauso mit euch machen. Und daher kommt auch diese große Summe zusammen. Welche Nachteile siehst du bei so einer großen Runde? Ich glaube, das ist so, diese große Runde ist so, du hast so zwei Seiten der Medaille. Ich glaube jetzt, wie du gesagt hast, davor kannte uns fast keiner. Das war eigentlich ganz angenehm, weil wir haben ein Team und Mitarbeiter geformt, die glauben an diese Vision, die glauben an die Mission. Jetzt gibt es natürlich auch viele Leute, die sich von großen Namen irgendwie anziehen lassen. Das ist jetzt nicht schlimm, aber du musst selektieren, wer ist jetzt trotzdem auch kulturell passend? Wer zieht es hier Ganze mit uns durch? Auch wenn es mal nicht so gut läuft, das kommt auch davor. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, jetzt hast du irgendwo ein Spotlight auf dich und den Markt. Wir haben jetzt in den USA, gibt es einige oder gibt es ein paar Unternehmen, die eher, sage ich mal, Copycats von Taktos sind, was ganz eine interessante Dynamik ist. Das macht mir aber jetzt nicht so viel, weil ich denke, wir haben jetzt fünf Jahre Vorsprung. ich schaue eh nicht so auf einen Wettbewerb. Aber das sind alles so Dynamiken, glaube ich, weil es einfach das Spotlight bei uns ist und damit muss man klarkommen und damit auch, oder sich dem bewusst sein, sage ich mal. Das sind da eher die Nachteile als, glaube ich, die finanziellen Dynamiken. Du hast angesprochen, dass ihr jetzt so eine dreistellige Zahl Kunden habt. Ich glaube, gut, Skalierung ist dann ein Thema, das bringt genug Probleme mit sich, und Herausforderungen. Gleichzeitig, viele, die zuhören, denken sich halt so, ich wünsche, ich wäre an dem Punkt, so wie komme ich eigentlich zu meinen ersten drei Kunden, zu meinen ersten zehn Kunden. Wenn du auf die Zeit zurückguckst, was wäre so dein Advice für Go-To-Market und Gewinnung der ersten Kunden in der wirklich frühen Phase? Wie wir unsere ersten Kunden gewonnen haben und ich würde es auch jederzeit wieder machen, ist Cold auf LinkedIn, den Leuten schreiben und am Ende hast du da ein paar gehabt. Ich glaube, man muss dazu sagen, wahrscheinlich, weil ihr ein Produkt gemacht habt, was nicht so viele machen, wenn ich jetzt das nächste Sales Tag baue, was dann vielleicht, wovon ich vielleicht zehn Anfragen in der Woche bekomme, dann wird es wahrscheinlich schwieriger, da rauszustechen, würde ich jetzt denken. Das stimmt, aber dann würde ich mich auch fragen, was ist deine langfristige Go-To-Market-Strategie. Also am Ende, glaube ich, ist dieser initiale Test, kann ich irgendwie Leute überzeugen, weil wenn du das als Gründer, Gründerin nicht kannst, mit allen Mitteln in aller Zeit der Welt, da irgendwie die ersten fünf Kunden, ohne dass das dein Cousin ist, zu überzeugen, dann glaube ich, wird das auch später schwierig. Weil ich sehe das sehr, sehr oft, dann sind halt die ersten Gründen, sind irgendwie ein, ist meine Mutter des besten Freundes da, irgendwie in der Geschäftsführung und da ist dies, das oder wenn ich im Tech-Sektor bin, dann ist es oft so, ja, ist halt mein Netzwerk in der Start-up-Szene. Ich glaube, das ist eher eine Gefahr, weil das ist nicht, wie du repliziert, skalierbar Sales am Ende machen kannst, Go-To-Market machen kannst. Kann aber natürlich funktionieren, wenn du dann dadurch danach irgendwie diese Go-To-Market-Maschinen trickelst. Du hast dich nach meinem Advice gefragt, ich würde sagen, versuch die ersten fünf Kunden einfach zu akquirieren, kalt, ruf sie an. Das ist ein bisschen dirty, da scheut sich immer jeder vor, aber am Ende, das ist, was funktioniert und das sollte man machen. Und wenn du da die Kunden so akquiriert bekommst, dann bist du dir schon mal, weißt du schon mal, dass da irgendwie ein Need existieren muss, weil du hast erstmal wenig vorzuweisen und kannst da die Leute überzeugen und dann weißt du, dass das funktioniert. Und ich glaube, was man unterschätzt ist, Leute sind hilfsbereit. Man macht sich da immer sehr viel, selbst sehr viel mehr Gedanken. Das kennst du wahrscheinlich auch von einem Podcast-Business, wenn du da irgendwie super Leute anfragst oder so, da macht man sich oft sehr viel, selbst sehr viel mehr Gedanken als die Leute, weil wenn man ganz ehrlich ist und sagt, hey, guck mal da, ich habe hier das vor, ich will hier ein Produkt bauen, ich will dir helfen, so, na, kannst du mir irgendwie Insights geben, kannst du mir auch irgendwie, wollen wir da nicht zusammenarbeiten, sind die meisten Leute sehr hilfsbereit und das unterschätzt man und deshalb würde ich einfach sagen, sprich die Leute an, die du wirklich erreichen möchtest und komm einfach ins Gespräch und das ist, wie du die ersten Kunden gewinnst und viele machen da viel zu viel Tramram drum und am Ende ist es genau das. Wie kommen die von den ersten fünf bis zehn Kunden auf hundert Kunden? Hä, ist das Schwierige? Da, da aber auch hilft dir, wenn du so im ersten Schritt schon nicht irgendwie auf Beziehungen oder so baust, weil du musst eine gewisse Systematik haben und die ersten zwei, drei, vier, fünf, die kannst du noch irgendwie akquirieren. Wir sprechen jetzt von einem Business, sage ich mal, was auch eine gewisse Kundenanzahl braucht. Wir sind mittelständig Unternehmen, SMB jetzt, wenn du natürlich Enterprise machst, das ist was ganz anderes, aber in diesem mittelständigen Bereich, brauchst du halt eine Systematik. Das heißt, einmal musst du irgendwann die Transition machen, dass du ein Team hast, das auch Kunden akquirieren kann, ansprechen und akquirieren kann, weil du musst dich irgendwann ersetzbar machen und dann ist ganz, ganz, ganz wichtig, es eine Systematik zu entwickeln. Ich sage immer, es lohnt sich nicht, wenn wir einen Kunden irgendwie akquirieren, weil durch irgendeinen Zufall kommen wir da rein, sondern du musst immer gucken, ist über diesen Channel, ist über diese Methode, was wir da machen, kriege ich damit 10, jetzt ist es eher, kriege ich damit 100, kriege ich damit 1000 Kunden und deshalb eine Systematik entwickeln, heißt jetzt wie, hey, ich weiß, LinkedIn Outreach funktioniert, auf LinkedIn sind 10.000 potenzielle Kunden, ich weiß meine Conversion Rate, also kann ich hier genau sagen, wie viele Kunden kann ich darüber akquirieren, wann ist dieser Channel nicht mehr da und das heißt einfach eine Systematik entwickeln in dem Outreach und dann aber bei dieser, das ist jetzt nur auf die Go-To-Market-Seite bezogen, heißt auch dann strukturierte Sales-Prozesse natürlich haben, wo ich dann, gibt es etliche Methoden, Band, Magic, wie auch immer, dass ich einfach einen strukturierten Prozess mache. Ich glaube, das ist viel wichtigere, ist aber auf der Produktseite, du musst Supporter haben, so Referenzen, Leute, die für dich einstehen, das hilft viel mehr als der beste Sales-Prozess, wenn du deinen Kunden sagen kannst, hey, jetzt sprich doch mal, du kennst das Unternehmen X bei uns, Mittelstand, da kennt sich jeder, sagen, hey, sprich doch mal mit Sonax, so, ne, diese Autowaschmittel oder Knoll-Maschinenbau, so, ne, sprich mal mit denen, die sind sehr zufrieden, hör dir das selbst an, das hilft mehr, als wenn ich hier Vertrieb mache, das heißt, du musst Supporter schaffen und das heißt wiederum, du musst ein Produkt bauen, das wirklich Mehrwert schafft, weil sonst kriegst du die Supporter nicht und das ist, glaube ich, das Wichtigere in der initialen Phase, weil du kannst noch so viel im Sales und so weiter ausgeben, aber wenn du nicht diese Supporter, diese Kunden am Anfang hast, die für dich einstehen und ein Produkt das wirklich Mehrwert schafft, so, ne, dann wirst du keine 100 Kunden oder sonst was gewinnen können, vielleicht mit viel zu viel Geld, aber auf jeden Fall nicht nachhaltig. Wie lange hat es gedauert von, okay, wir laufen los und sprechen mit den Ersten bis hin zu, wir verkaufen das erste Mal das Produkt, ohne zu sagen, ihr seid, wir bauen mit euch als Pilot das Produkt doch gemeinsam? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, eineinhalb, zwei Jahre, wo du gar nicht mehr diese Komponente, wo du einfach sagst, hier ist das Produkt und das bieten wir an und dann hast du einen Prozess, ob das passt oder nicht. Ich glaube, bei den ersten Kunden hast du auf jeden Fall, bei den ersten zehn Kunden war das auf jeden Fall der Fall. Ich würde aber auch sagen, bis heute arbeiten wir so. Wir haben immer wieder einen Koinnovationspartner, wo wir sagen, das hier ist eigentlich eine neue Sache, die finden wir sehr, sehr interessant, die haben wir gerade noch nicht, du brauchst es, lass uns das doch zusammen irgendwie bauen, weil wir arbeiten die ganze Zeit so. Wir sind sehr nah am Kunden, wir entwickeln das Produkt immer weiter am Kunden und deshalb bis heute arbeiten wir mit Leuten so einer Koinnovationspartnerschaft zusammen. Ich würde aber sagen, nach so zehn, 15 Kunden waren in der Switch von, okay, jetzt hast du auch viele Kunden, die kaufen einfach mal das Produkt, das du da gebaut hast und nicht die Vision und die Entwicklungspartnerschaft auch. Und welche Channels sind die, die für euch funktionieren? Im Go-To-Market? Und es ist immer noch, wir haben so, ich würde sagen, 70 Prozent unserer Kunden haben irgendwie mal Marketing-Touchpoint gehabt. Wir haben ein super, super Marketing-Growth-Team, die da wirklich einen super Job machen, die, ja, unsere Kunden, den Mittelstand da irgendwie mitzunehmen, durch Webinare, durch Content auf der Website. und dann gibt es ein ganzes Business-Development-Team, die wirklich Outreach machen. Das heißt also, einfach in Kontakt treten, Mails, Calls, wie auch immer, wenn meistens schon mal so ein Marketing-Touchpoint, ja, existiert. Und die besten Channels da, für uns sind wahrscheinlich, Webinare funktionieren super, wo wir einfach auch Kundenbeispiele zeigen. Da sind teilweise, ich glaube, nächste Woche sind da 700 Leute drin in einem Webinar und dann einfach wahrscheinlich so eine Mischung Mails, Calls, wo ich einfach direkt mit den Leuten in Kontakt trete. So kommen wir da an die Leads und das funktioniert. Weil du gerade gesagt hast, Mischung, wo du mit den Leuten in Kontakt trittst, wie sehr bist du als Gründer, also so, ich meine, wie lange hat es gedauert, bis ihr von Founder-Let's Sales wegkommt oder bis, und, aber auch, bis zu welchem Grad spielt das heute noch eine Rolle? Ich würde sagen, mit diesem Breaking-Point, den wir eben hatten, auch von diesen Entwicklungspartnerschaften weg, sind wir weg von einem Founder-Let's Sales. Ich weiß nicht, was dann der richtige Founder supportet noch oder sowas, aber bis heute bin ich hier und da, diese Woche war ich, ja, einmal die Woche oder sowas, bin ich nochmal in einem Sales-Termin dabei, wo es dann eher so um, wenn die Geschäftsführung da ist, dass man sich irgendwie kennenlernt, mein Co-Founder oder meine Co-Founder sind hier und da, wenn es mal so ein IT-Termin ist, der ein bisschen schwieriger ist, noch da drin oder wo ich dann ein bisschen wirklich ein komplexerer Case ist, wo ich das sagen muss, aber ich würde sagen, auch da mit diesem Breaking von nach ein, zwei Jahren hat das Team eigentlich übernommen und ich würde auch heute sagen, dass unsere Sales-Leute, unser Head of Sales, aber auch unsere AIs, da wahrscheinlich jetzt so tief und viel besser noch die Kunden verstehen und ich da eine andere Funktion wahrnehme, also eher nochmal die Vision mitbringe und sowas, aber die sogar neben wirklichen Problemen des Kunden, wie mache ich genau, wie mache ich meine Lieferantenverwaltung genau, die da sehr, sehr tief drin sind und heute der Sale läuft über einen Business Case, über ein Problem, über eine Herausforderung beim Kunden und nicht mehr, weil Taktor so ein tolles Unternehmen ist, sondern wir haben ein Problem für die lösen, aber natürlich die Komponente, die kommt immer noch dazu, auch weil ich sagen würde, wir arbeiten mit sehr vielen Familienunternehmen zusammen oder auch einfach kleine und mittelständische Unternehmen, die Inhaber geführt sind und da hat das auch eine ganz andere Komponente, das darf man nicht unterschätzen, das sind auch Unternehmer und da kommt das auch nochmal gut, wenn man sagt, hey, auch wenn jetzt noch nicht alles perfekt ist, ich stehe hier mit meinem Herzblut dafür ein, ich stehe hier Tag und Nacht dafür ein, das ist mein Lebenswerk, ich will das für dich machen, ich will das bauen und das verspreche ich dir und das kommt dann natürlich auch sehr gut an und das meine ich auch wirklich so und deshalb bin ich ja schon noch involviert und mag es auch, weil ich glaube, sobald man den Touch mit den Kunden verliert, dann kann man keine sinnvollen Entscheidungen mehr treffen. Wer war die erste Person, die ihr im Go-To-Market geheiratet habt? Richard, Grüße, genau, wir haben Richard, würde ich sagen, naja, man muss ein bisschen SF-Fulltime, es gab noch andere, Marco und andere, die immer Internships oder sonst was da gemacht haben und das Ganze mit aufgebaut haben, aber jetzt mehr als der Name interessiert dich wahrscheinlich, was ist das für eine Person? Ich glaube, wir haben immer eine Mischung aus, am Anfang eher Generalisten gehabt, auch viele, die hier irgendwie hier tolle Unis, hier irgendwo in dieser Start-up-Szene auch willkommen sind, einfach sehr smarte, Juniore Leute, die viele Aufgaben übernehmen können und das war so die erste Garde, würde ich sagen, die den Go-To-Market mit aufgebaut hat und genau und Richard zum Beispiel war dann noch eher aus der Beratung im mittelständischen Bereich, das heißt, hatte auch ein bisschen, sag ich mal, Sektorerfahrung, kannte die Domäne besser und hat dann das ganze Sales-Team mit aufgebaut. Genau, deshalb würde ich sagen, vieles von Taktor wurde wirklich durch eine, bin ich auch sehr stolz drauf, auf die ganzen Leute, durch junge Leute, Generalisten, die smart sind, die ambitioniert sind, kollaborativ, bodenständig, das alles aufzubauen und genau und dann hast du Stück für Stück erfahrene Leute mal dazu geholt, die entweder die Domäne gut können oder auch einfach schon mal bestimmte funktionale Expertise mitbringen. Was macht einen guten Head of Sales aus? Guten Head of Sales, muss ich jetzt dran denken, was Richard so macht. Ich glaube, am Ende ein guter Head of Sales für mich, kommt auch auf die Phase an, muss man ganz klar sagen, aber in der Phase, in der wir gerade sind, ist einfach noch ein tiefes Verständnis von den Kunden erforderlich. Das heißt also, du musst wirklich verstehen, was wollen die Kunden, was für Herausforderungen haben die, du musst intuitives Gefühl haben, was brauchen die eigentlich, wie muss ich die approachen, was muss ich tun, um, und das ist die zweite Komponente, sinnvolle Systeme zu bauen. Wie qualifiziere ich einen Kunden? Wie baue ich einen Business Case? Wie schaffe ich, wie transportiere ich den Mehrwert? und musst auch in unserer Phase noch ein bisschen Ambiguität klarkommen, weil das Produkt ist noch nicht gefestigt, das bewegt sich, wir entwickeln, jede Woche werden etliche neue Features released. Das heißt, du musst mit einer Ambiguität klarkommen und auf Kundenseite und auf Produktseite und da, dass sich dauerhaft weiterentwickeln, das Team mitnehmen, das Team enablen, du musst relativ schnell neue Leute auch onboarden und denen sagen, guck mal, das hier, so machen wir das, das ist unser Prozess. Das heißt also, da wirklich enablen und ich würde sagen, diese Mischung aus, ich muss wirklich intuitiv die Kunden verstehen, ich muss Systeme bauen können im Sales und ich muss das Team mitnehmen und da muss ich natürlich als Seller, muss ich immer, sage ich mal, ich glaube, das Entscheidendste, du musst einfach gewinnen wollen. Du musst da einfach, das ist auch kein, nicht immer ein leichter Job, muss man ganz sagen, man hat Druck, man kriegt auch mal vom Kunden irgendwas gesagt, was man da jetzt nicht so schön findet und deshalb, glaube ich, muss man da schon eine Leidenschaft fürs Gewinnen haben, das heißt, wie im Sport, dass man da auch einiges erträgt und einiges durchmacht und, aber dann, wenn der Deal geclosed ist, haben wir so einen Gong, dass man da einmal draufschlägt und feiert und gute Laune macht und das, sage ich mal, dafür macht man das dann auch am Ende und ich denke, das ist so was, was ich da entscheidend finde. Auch wenn das irgendwann der Moment kommt, dass ihr sagt, nee, wir hauen da zu oft drauf, wir sollten das vielleicht. Ja, das hatten wir schon im Prospecting, früher haben wir so einen Button gehabt, wenn wir einen neuen Lied schedulen und das waren dann noch nicht so viele und dann kam so ein Song von so einem Riesenrad, das ist ein langer Insider, ist egal, aber irgendwann war unser Rest des Teams so, hey, fünfmal am Tag, nein und deshalb haben wir das abgeschaltet, jetzt gibt es nur noch abends mit Franz macht das immer, gibt es um, ich weiß es gar nicht wann, irgendwann abends gibt es eine Clapping-Session, wo, wenn wir bestimmte Ziele erreicht haben, jeder einmal zugeklatscht bekommt. Und du hast angesprochen, junge Leute, ambitionierte Leute, Juniorik bedeutet, ich muss mir überlegen, wie kriege ich die up to speed und wie kriege ich es hin, dass die auf der einen Seite schnell dazulernen, schnell exekutieren können, was braucht es, was muss ich als Gründer, als Führungsperson bereitstellen, was muss ich als Firma bereitstellen, dass Juniore-Leute zügig performen können. Ich glaube daran, dass du am Ende, du hast immer einen Trade-off, sage ich mal, bei Junioren, am besten jetzt smart, die waren viel mit irgendwie Hustle, so, na, irgendwo, ich will das hier machen, ich will lernen, ich will wachsen, wett. Und wenn du die erfahrenere Leute reinholst, die haben natürlich eine Erfahrung in einem beruflichen Bereich, auch eine andere Arbeitsweise oft, aber auch hier und da wahrscheinlich ein paar gefestigte Meinungen, so soll das hier aussehen. Und ich glaube, das ist immer ein Trade-off und beides ist wichtig. Bei Junioren-Leuten, glaube ich, was ich gemerkt habe und by the way, ich habe auch nach der Uni gegründet, deshalb bin ich auch, sehe mich da oder war zumindest da auch sehr Junior. Ich glaube, wenn du, wenn das Grundkonzept stimmt, du bist ambitioniert, du willst was erreichen, du bist lernbereit und bodenständig, das ist ganz, ganz wichtig, so, na, wir haben immer noch Kern-Value bei uns, das be real, authentisch, bodenständig sein, weil Ego ist, ist ganz gefährlich in der Organisation und dann, glaube ich, wie kriege ich das hin, ist, du musst Guidance geben, glaube ich, was ist, was ist gut, was ist schlecht, wo wir hinwollen, so, na, dieses System-Thinking, so, na, hey, es ist nicht so wichtig, dass du jetzt ein Lied geringer, sondern du musst überlegen, wie kriege ich zehn, so, na, also, dass du halt einfach dieses Mindset schaffst von, was sind hier so, wir haben so Guiding Principles im Produkt und im Go-To-Market, so, na, Leitplanken sozusagen, die musst du haben, so, na, und auch klar definieren, wo wollen wir hin und dann habe ich aber die Einstellung, smarte Leute, ambitionierte Leute brauchen Freiraum, die werden schon ihre eigenen Learnings machen, die werden ihre eigenen Sachen machen und wenn die die volle Ownership haben, tun die auch alles dafür, dass das erfolgreich wird und ich glaube, wir haben im Go-To-Market, im Engineering, haben wir einfach sehr, sehr viele Sachen gemacht, die würde ich jetzt behaupten, kein anderes Startup so macht, weil wir halt einfach im First Principles einfach auf den Markt, auf die Sachen geschaut haben und nicht irgendein Playbook ausgerollt haben, sondern geschaut haben, was passt für unsere Zielgruppe, so, na, ja, bei uns Webinare ist 1A, so, na, 700 Leute da drin, so, na, hätte uns keiner geraten, bei dem, bei den, jeder Experte, jede erfahrene Person, jeder Investor hat uns abgeraten, in den Mittelstand zu gehen. Heute ist der Mittelstand, kriege ich drei Pitch-Decks pro Woche, so, na, also das sind alles Sachen, ich glaube, das hat uns sehr geholfen, da inklusive uns ein Juniores Team zu haben, das selbst Learnings macht, das aber gleichzeitig ambitioniert ist, weil wenn du Fehler machst, brauchst du Urgency, muss morgen besser sein, du hast da keine Zeit, dann erst mal drei Wochen irgendwas Falsches zu machen und ich glaube deshalb, diese Guidance, dieses wo wollen wir hin, was wollen wir hin, die Support Infrastructure heißt, dass ich auch irgendwo da dabei bin, aber auch andere Gründer, Gründerinnen, andere Personen, wir haben diese Woche, war Evan da, ist hier, von GoCardless, hat uns irgendwie gespaired, irgendwie Hanno von Personio, Michi von Porto war auch mal bei dir im Podcast, Thorsten von Helsing, und Johannes von Get Your Guide, die irgendwie auch da im Sparing sind, das sind einfach so, du hast die Support Infrastructure, du siehst, was geht, du siehst, du kriegst Learnings, du kannst dich austauschen, auch zwischen Unternehmen und das ist glaube ich das, was du brauchst, dass du nicht alle Fehler mal selbst machst, aber gleichzeitig einen Freiraum hast, einfach auf Innovative, auf coole Ideen zu kommen, die auch einfach unternehmerisch selbst ausführen zu können, ohne dass dein Manager oder irgendwer dir sagt, so nee, so muss das sein und du bist dann nur in der Exekutive, damit kriegst du keine ambitionierten Leute gehalten, da hat keiner Lust drauf und deshalb glaube ich, hat das bei uns immer gut funktioniert, Wann hat es angefangen, dass ihr mehr und mehr Senioreleute mit reingenommen habt, also wann war dieser Tipping Point, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt jung, hungrig, wir probieren alles aus und pushen, ist das eine, aber wir müssen zusätzlich dazu, dass wir alle natürlich irgendwie erwachsener werden und Senioriger werden, müssen wir trotzdem von außen auch noch Senioriger Menschen mit reinziehen. Ich glaube, zwei Insights da, das ist jetzt sehr transparent, aber ich glaube, als Startup, ich glaube, du kannst nur erfolgreich werden, against all odds, wenn du die besten Leute in deinem Team hast und die besten heißt nicht, die haben hier den besten CV oder so, sondern für den Job, den du brauchst, einen sehr, sehr, sehr guten Job to Skillmatch und das würde ich sagen, haben wir so. Und jetzt musst du dir aber überlegen, als gerade junger Gründer, Gründerin wie wir, wir haben, ja, ich habe da auch, ich habe bei Lazada, Alibaba, überall mal gearbeitet, hier und da, aber trotzdem war ich relativ jung, als ich das gegründet habe, genauso meine Co-Founder, der eine war bei Palanty, der andere bei BMW dafür, trotzdem waren wir wie alt, 25, 26, so, na, und da musst du dir jetzt überlegen, kriegst du jetzt wirklich, wirklich gute, erfahrene Leute von dir überzeugt in der Phase, wenn man ganz ehrlich ist, ich glaube nicht, so, weil, wenn du jetzt dieses ganz hohe Kaliber hast, die Leute, die sich komplett aussuchen können, wo ich hingehe, glaube ich, entscheiden sich die wenigsten, für das Startup, das gerade von den Studenten da gegründet wurde, so, na, sondern gehen wahrscheinlich bei den Serial-Gründer, was auch immer, so, na, das heißt, in der Anfangsphase, glaube ich, haben wir ein paar Seniore Leute gehabt, aber das waren alles eher so Rohdiamanten, sage ich mal, na, die, die wir da irgendwo, keine Ahnung, Power, unser Engineer, seine Frau ist jetzt an den Turm gegangen und deshalb ist er aus Lona relocated und wollte hier rein, sondern das sind alles dann irgendwie auch Zufälle, die da reingekommen sind, so, und gleichzeitig im Junioren-Segment, so, na, da haben wir die besten Leute bekommen, so, na, das ist für uns, das sind wir selbst, so, haben da die Netzwerke hier vom CDTM, Berkeley, was weiß ich, die ganzen schönen Namen im CV, wie, da sind wir attraktiv für gewesen und da konnten wir wirklich die besten Leute akquirieren und ich glaube dran, du musst immer eine sehr, 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 sehr hohe Talent-Density haben, du musst super smarte Leute haben, es lohnt sich einfach nicht, lieber weniger, als da irgendwo Abstriche machen und deshalb war unsere Strategie, was wir irgendwann realisiert haben, wir kriegen bei diesen Junioren-Leuten, kriegen wir die besten Leute, also machen wir das, so, na, die Downside ist, du musst ein bisschen mehr lernen, aber da kriegen wir die besten Leute und das sind bis heute, die die Taktor tragen, so, na, und der Tipping-Point kam dann irgendwann, ist jetzt gar nicht, ich glaube, erfahrene Leute auch immer dazu zu haben, ist gut, aber der Tipping-Coin kam dann irgendwann, jetzt in between, aber auch gerade mit der Finanzierungsrunde jetzt, jetzt hast du natürlich eine ganz andere Ausgangslage auch im Hiring, so, na, jetzt gerade ganz offen gesagt, wir haben eine nahezu 100% Offer-Conversion, so, na, wir sind, wir haben sehr, sehr, sehr hohe Hiring-Standards, aber wir können uns auch basically aussuchen, wer jetzt dazukommt, weil da ist das Gute jetzt mit Sikoria Index, dieser riesigen Runde, ist wahrscheinlich die kompetitivste Runde letztes Jahr in Europa, da haben wir natürlich eine ganz andere Ausgangslage, wir haben ein funktionierendes Produkt, wir können wachsen in einer Lage, wo die ganze Startup-Szene sehr toxisch ist, sondern, und deshalb ist bei uns die Strategie jetzt, zum Beispiel im Engineering kann man das gut sagen, wir bauen da wirklich eine Leuchtturm-Organisation auf, wir holen, ich will da jetzt nicht immer auf Einzelnamen rumholen, aber wir haben von, ja, ein Head of Engineering von Scalable und Adria ran, der super erfahren hat, dass man 120 Engineers geführt hat, weil unser Engineering-Lead ist Nils, Hermann gerade zehn Jahre bei Google, also das sind einfach sehr, sehr viele Leute, die hat mir davor, glaube ich, nicht bekommen, und die bekommst du jetzt da rein und helfen jetzt natürlich nochmal ultra, weil jetzt hast du eine super Mischung aus jungen, ambitionierten Leuten, das ist unsere Heritage, zu der ich auch immer noch stehe und wo ich sehr, sehr affin für bin, weil die bauen Takt auf, ich glaube daran, dass das ein super Modell ist, aber gemischt mit super erfahrenen Leuten und deshalb würde ich sagen, der Tipping-Coin kam, jetzt können wir uns komplett aussuchen, welche Talente wir einziehen, weil wir da einfach jetzt als Organisation ich glaube, du wirst in Deutschland kein besseres Engineering-Team finden und das ist so jetzt so der Leuchtturm, den wir bauen wollten und bauen können und deshalb jetzt guckst du auf einen sehr, sehr gesunden Mix in dem Unternehmen und das macht jetzt auch Sinn und die andere Sache ist, du bist jetzt natürlich an einem Punkt, an dem hier und da auch mal so ein Playbook gar nicht so schlecht ist, wo du einfach sagst, hey, guck mal, am Ende ist es auch ein Softwareunternehmen, im SaaS-Unternehmen im Engineering mal, das da Problem haben wir hier schon mal gelöst, Custom Properties, ja, so haben wir das hier auch schon mal gemacht und da müsst ihr an die Sachen denken und dann sparst du dir aber extrem viel Zeit und in der Anfangsphase hast du das gar nicht so, in der Anfangsphase also Pre-Product-Market-Fit, da versuchst du einfach nur möglichst viele Bälle zu werfen und guckst, was funktioniert und deshalb ist jetzt in dieser Skalierungsphase auch ein anderes Mindset und auch eine andere Expertise oft required und deshalb achten wir jetzt auch drauf, dass ich da erfahrene Leute auf jeden Fall auch reinnehme, ja. Du hast gerade gesagt, ihr habt eine 100% Offer-Conversion, ich glaube, womit ich anfangen würde, wäre die Frage, was macht deiner Meinung nach aktueller Markt ein kompetitives und gutes Offer aus? Kompetitives und gutes Offer? Ich weiß übrigens nicht, wenn du 100% mit Sicherheit gibt es doch mal irgendwen, es freut sich irgendwer den Podcast oder die, die den Podcast hört, ich weiß. Was macht für mich ein gutes Offer aus? Ich glaube, wir sind eine Gegenbewegung zu vielen Sachen. Wir sind Offers first. Zwischendrin hat mir jeder mal gesagt, du musst jetzt mit dem Markt gehen und hier und remote und ansonsten wird das nichts. Wir haben gesagt, wir sind Offers first, ich glaube daran. Ich glaube daran, ein smartes Team zu haben, ich glaube daran, die Leute zusammenzubringen, ich glaube daran, dass man zusammen innovativ ist, kollaborieren kann, in der Frühphase zumindest. Das heißt also, wir sind zu vielen Sachen gegen den Turf. Wir sind so, wir sind in 2023, als die VC- und Startup-Szene am Boden war, haben wir eine große Finanzierungsrunde gemacht, weil ich glaube, wir einfach sehr unseren Idealen treu sind. Ich verstelle mich nicht, ich bin so, wie ich bin, meine Co-Founder, das Team genauso, sehr authentisch. Und ich glaube, das ist, was bei vielen gesucht wird, irgendwie Authentizität bei den Sachen. Ich merke das auch immer, wenn die Leute auch zu uns kommen und sagen, die auch immer, meine Freunde und so weiter, auch jetzt mit der riesigen Finanzierungsrunde, da hat sich nichts bei uns geändert. Ich glaube, die gleichen durchgelaufenen Chucks wie auch sonst. Im Office hat sie es auch, das wird besser, aber hat sie es auch nicht groß geschehen. Und ich glaube, das ist so, wir sind eine Authentizität, wir stehen zu dem, was wir sind. Das als Unternehmenswert zieht viele an, die sagen, hey, ich will hier, ich will was Cooles aufbauen, ich will einen coolen Job machen, ich will einfach auch irgendwo, und das ist genauso, leistungsbasiert arbeiten können. Ich glaube, ich hätte mir das gewünscht, nicht so darauf schauen, wie alt bist du, wie jung bist du, welche Hautfarbe hast du, welches Geschlecht hast du, was auch immer, sondern am Ende bei uns zählt die Leistung, da sind wir sehr transparent, das ist eine Performance Environment, und das sage ich auch immer. Aber das heißt, du hast die Chance zu wachsen, du bist selbst dafür verantwortlich, du hast Autonomie, du hast Freiraum, und ich glaube, das ist ein attraktives Offer für die Leute, die wir anziehen. Das heißt, ambitionierte Leute, smarte Leute, die unternehmerisch arbeiten wollen. Das heißt, also, die ziehen wir an, mit einer Kultur, die darauf aus ist, sei wie du bist, sondern du bist für deine Stärken hier, einer unserer Values ist, support the penguin, das ist so, weil ein Pinguin, ein Vogel, der nicht fliegen kann, auf der einen Seite, auf der anderen Seite super elegantes Wassertier und kann auf Land gehen. Das heißt, also, guck auf die Stärken der Person, und das wird hier supported, egal was da ist, wenn du Leistung zeigst, kannst du hier alles erreichen. Niemand wird dich für dein Alter oder sonst was in der Ecke stellen. Und ich glaube, das ist, was viele suchen in einer Welt oder auch einer Umgebung, wo wahrscheinlich viel auf Externalitäten, viel auf irgendwelche, oh, das hat aber der gesagt und da die Industrie denken das und das, sondern wir gehen da unseren Weg und ich glaube, das zieht viele an. Sie haben eine Umgebung von smarten Leuten, von ambitionierten Leuten im Office, von denen sie lernen können, wie sie auch eine gute Zeit haben können. Ich glaube an so ein Yin-Yang aus gute Performance erzeugt Happiness, Happiness erzeugt Performance und da sind wir sehr, sehr transparent zu und gleichzeitig auch ein gutes Offerhaus macht, ist, glaube ich, einfach ein sinnvolles Produkt. Würde ich nicht unterschätzen. So in den, auch da in den letzten Jahren, wenn du da siehst, was da alles hier, ich meine, für die Haustüche, Lieferdienste, was weiß ich auch alles, wo du dir wirklich fragst, was mache ich denn da? Und ich glaube, viele Leute suchen nach einem gewissen Impact und Impact ist nicht nur, ich will die Welt verbessern, Impact ist einfach, du kannst den Kunden in die Augen schauen und siehst so, ich helfe denen. Und das ist bei uns der Fall. Wir helfen irgendwie dem wichtigsten Wirtschaftssektor im Wirtschaftssektor in Deutschland. Das ist der Sektor, der am meisten Emissionen ausstürzt. Du wirst keine, keine, kein nachhaltiges Produkt bauen können, wenn du nicht deine Lieferkette, die für 70 Prozent der Emissionen da ist, in den Griff bekommst. Du wirst kein effizientes Produkt bauen können, wenn du nicht die Kosten im Griff hast, sondern, und ich glaube, diese Mischung auch, dass du ein Produkt hast, wo du mit den Kunden sprechen kannst, wenn du mal eine Produktion, ich komme selbst aus einer einfachen Familie, die irgendwie im Mittelstand auch in der Produktion gearbeitet hat, hier und da, oder auch im Büro, aber in mittelständigen Unternehmen, wenn du da mal durchgehst und die Leute siehst, das ist so unser, ich sag mal, unser Land auch irgendwo und denen wirklich weiterhelfen kannst. Ich glaube, das reizt echt viele Leute und genau das bieten wir irgendwo und ich glaube, das zieht sehr, sehr viele Leute an. Und die letzte Sache bei einem Offer natürlich zu finanziellen Sachen und so weiter, da bin ich immer, hey, wir zahlen eine Buff Market, das wird hier nicht der Grund, warum das scheitert. Jeder, der hier Takto mit aufbaut, kriegt hier ein ordentliches Gehalt, kriegt Shares und so weiter. Du sollst hier partizipieren, weil wenn das hier aufgeht, hat hier jeder was davon, also kriegt da einen Cut. Das sage ich ganz genau so immer und dazu stehe ich auch. Ich muss hier keinen, irgendwie, muss hier nicht irgendwie einen Euro sparen. Wenn ich die besten Leute haben will, dann sollte ich hier auch, sollte ich die Surroundings so schaffen, dass das auch attraktiv ist. Dafür hilft natürlich ein bisschen mehr Budget auf der hohen Kante. Dazu aber tatsächlich eine Frage. Du hast ja jetzt natürlich aufgrund große Runde, so kommt auch große Bewertung. Große Bewertung und Mitarbeiterbeteiligung bedeutet ja, normalerweise funktioniert es ja so, ich kriege Shares, Strike Price letzte Runde und dann partizipiere ich an der Wertentwicklung weiter. Wie überzeugst du oder wie gehst du damit um, dass wenn du Leute reinnimmst, die natürlich sehen, oh, Taktos steht jetzt hier und wir wissen, die haben für das verhältnismäßig viel Geld bekommen und wenn ich mir das angucke, dann muss da schon noch einiges passieren, dass ich dann quasi irgendwann daran auch durch die Shares partizipiere. Also wie gibst du Mitarbeitenden oder Kandidaten das Gefühl, dass ihre Shares nicht direkt unter Wasser sind, wenn sie einsteigen. Ganz einfach, wir haben keine Strike Price, wir haben Strike Price auf Nennwert, weil genau das, ich glaube auch bei den ganzen Visor-Geschichten, ich hoffe, das merkt man, mir liegen unsere Mitarbeiter am Herzen. Ich finde, jeder, der hier Taktos mit aufbaut, sollte auch an den Shares was abbekommen und ich glaube bei Visor und bei jeder andere Sache, wenn man ein Gründerteam, Investoren und so weiter hat, die da nicht, und mein Kernwert ist Integrität, die das nicht komplett ernst nehmen, wirst du immer, immer irgendwelche Konstrukte finden, wie du über Leaf-Konstrukte, was auch immer da rauskommst. Und das ist nicht mein, das will ich nicht, sondern ich denke, jeder, der hier alles gibt, um Taktos mit aufzubauen, der sollte davon partizipieren. Und das heißt für mich, ja, dann habe ich halt kein Strike Price, sondern dann habe ich den Nennwert. Oh, und das kleine Delta ist vielleicht, im Exit-Fall müssen Investoren und ich das bezahlen aus der Tasche. Ja, das ist okay für mich. Sondern ich will hier keinen übers Ohr hauen, sondern ich denke, das sind faire Terms. Ich sage auch immer, das ist ein Visor-Terms. Das ist alles fair. Wenn du was findest, was nicht fair ist, sag es mir, dann ändern wir es. Und das ist genau das Ding. Und deshalb, wie überzeug ich Mitarbeiter, sag denen, hey, das ist dein Anteilswert, komplett, egal, wie die Bewertung fluktuiert. Und natürlich, ganz ehrlich, wir haben hier Index und Sequoia sind wahrscheinlich die Top-Performing-Funds weltweit. Die sind jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen. Die investieren hier natürlich, weil sie hoffen, dass das Ganze 10, 100 Mal so viel wert ist. Und ich glaube, das ist der beste Proxy und das sage ich auch Mitarbeitern. Ich bin kein professioneller Investor. Die sind es. Die müssen einen guten Job machen. Die zahlen die Bewertung und hoffen natürlich oder glauben daran, genauso wie ich, dass wir da auch noch einiges mehr bauen können. Und deshalb, die Mischung, glaube ich, einfach sehr faire Terms, sehr transparent auch, nicht irgendwelche Fallstricke. Ich glaube, gerade Richtung Strike-Prices, das versteht die Hälfte der Leute noch nicht mehr. Das ist einfach unfair, wenn ich da jetzt nicht transparent mit agiere. Und deshalb versuchen wir, das erst gar nicht darauf ankommen zu lassen. Und gleichzeitig aber natürlich, ich bin mit voller Überzeugung hier drin, sondern ich will es hier aufbauen. Ich habe Bock, TACTO weiterzubauen. Das ist irgendwie mein Lebenswerk und ich bin da nicht drin, weil ich irgendwie ein Exit oder sowas aspiriere, sondern ich liebe es, jeden Tag da zur Arbeit zu kommen. Ich liebe das Produkt zu bauen. Ich liebe es, mit unseren Kunden zu sprechen. Das will ich weitermachen und ich glaube, die Bewertung, die kommt. Das fluktuiert mal, da ist mal so eine Phase, da ist mal so eine Phase. Aber bei uns, da ist so unglaublich viel Potenzial drin, dass ich denke, der einzige Stolperstein hier, dass es uns im Weg stehen kann, irgendwann mal ist, wenn wir nicht exekuten. Weil da sind, in Europa hast du 90.000 mittelständige Kunden, 90 Prozent davon haben keine Lösung. Wir sind klarer Führer da, wir können da weitermachen, wir können das aufbauen. Diese Supply Chains sind für mich ein riesiges, ungelöstes Optimierungsproblem mit, musst du dir vorstellen, drei oder drei Billionen Euro Einkaufsvolumen, drei Billionen im europamittelständigen Segment. Und unsere Idee ist, dass wir da wirklich Cost Savings generieren können, bis zu zehn Prozent. Das sind 300 Milliarden Euro an Value. Also ich glaube, das Potenzial ist einfach so riesig, dass ich denke, hey, ich mache mir gar nicht so Sorgen über die Bewertung gerade, ich gucke nach vorne, ich will das hier aufbauen, ich will das weitermachen. Und das ist auch die Reise, die ich da bei Mitarbeitern, sage ich mal, verkaufe oder sehe so. Du musst interessiert sein an der Upside. Du willst es hier mit aufbauen, du siehst das Potenzial, du siehst die Vision und dann who cares. Und ich kann dir versprechen, dass hier alle Terms fair sind und wenn wir das hier erfolgreich machen, kriegt hier jeder was vom Kuchen ab. Und dazu stehe ich und ich glaube auch immer, ich sage es auch unseren Mitarbeitern, ich glaube, alles, was ich verspreche intern, haben wir bis jetzt gehalten und auch extern. Und ich glaube, deshalb, so kriegen wir da auch jeden überzeugt, sagen wir mal, der Mitarbeiter überzeugt, weil wir sind alle selbst, wir sind integer, wir hauen keinen übers Ohr, sollen es nicht für so ein paar Euro und gleichzeitig glaube ich inhärent an TACTO und nicht, weil ich irgendjemanden überzeugen mag, sondern weil ich an das Produkt, an unser Team, an den Markt, an unsere Support-Netzwerke, in den Restaurant glaube. kurzer Einschub einfach nur, weil wir es gerade nicht erklärt hatten und es manchmal schnell komplex werden kann. Also, Mitarbeiterbeteiligung, gibt es ESOP, VSOB, das hier ist übrigens keine Rechts- und keine Steuerberatung, kurzer Side-Fact, aber es geht einmal um die direkte Beteiligung beziehungsweise die virtuelle Beteiligung in Deutschland, oft VSOB genommen, aufgrund rechtlicher und steuerlicher Auswirkungen für die Mitarbeitenden, die sonst direkt versteuern müssten. Gibt es so die Dry-Income-Problematik, kann man nochmal googeln, wenn man möchte, aber was da passiert ist, ich kriege, sagen wir, meine Firma ist eine Million wert und hat eine Million Anteile. Das macht es einfach leicht, jeder Anteil ist ein Euro wert. So, und ich kriege jetzt einen Anteil an dieser fiktiven Firma und in dem Moment, wo die Firma 100 Millionen wert ist und trotzdem noch eine Million Anteile hat, ist ja jeder Anteil 100 wert und meistens ist es so, dass wenn die letzte Bewertung oder die aktuelle Bewertung ist, eine Million Anteile, eine Million Euro, bedeutet ein Euro ist mein Wert zu dem Zeitpunkt, ist jetzt ein bisschen doof, weil es nominal und den gleich wird, aber ich habe dann von den 100, die meine Aktie irgendwann wert ist oder mein Anteil irgendwann wert ist, ziehe ich im Zweifel diesen einen Euro ab und dann habe ich 99 Euro, die ich quasi als Gewinn verbuchen kann. Wenn wir das jetzt, es wird natürlich drastisch komplexer in einem Fall wie TACTO und anderen Firmen, aber es ist so, häufig ist der Wert, also der Nominalwert, du hast bei einer Stammeinlage das 25.000 Anteile im Zweifel, die kreiert werden, da ist jeder einen Euro wert. So, dann hast du die Finanzierungsrunde, die Firma ist mit 10 Millionen bewertet und dann ist der Anteil, sagen wir mal, einfach egal, wie es aussieht, ist dann vielleicht 200 wert und wenn ich verkaufe, ist das 1.000 wert, das macht es am leichtesten, dann habe ich irgendwie 1.000 minus 200 und dann kommen 800 Euro für mich persönlich als Gewinn raus. Das ist dieser Strike Price, diese 200 Euro sind der Strike Price. Und was du gerade sagst ist, ja, wir haben vielleicht, wie auch immer der genau aussieht, einen Wert von 200 pro Aktie, aber wir geben es trotzdem zu einem Euro pro Anteil raus und das heißt, egal, was am Ende der Wert ist, wo ein Mitarbeiter rauskommt, das ist dann auch wirklich der komplette Wertzuwachs im Persönlichen für diese Person, wenn ein Exit-Szenario passieren sollte. So, sehr lange, aber mal kurz erklärt, weil das ja oft sehr komplex ist und ich glaube, sowohl als Gründer und Gründerin spannend zu verstehen, als auch für jeden anderen, da haben wir sehr viele Sachen rausgelassen, die es noch komplexer machen können, aber es geht nur darum, dass das Verständnis einmal da ist. Ja, super. Ich glaube, das schicke ich jetzt immer mit bei den Angeboten, hätte ich nicht besser erklären können. Einmal zurück zum Thema, wir waren gerade noch bei Recruiting und dementsprechend auch so ein bisschen beim Thema Organisationsentwicklung. Eine Sache, die ich mich gefragt habe, welche Fragen stellst du gerne und dann so ein bisschen auch, weil du gesagt hast, okay, klar, Kultur ist wichtig, es muss perfekt auf die Position passen. Was sind so Fragen und Eigenschaften, wo du sagst, es ist unerlässlich herauszufinden, ob das gegeben ist und ob das wirklich passt, also Fragen, die du gerne stellst, Eigenschaften, die du gerne testest. Ich glaube, ich habe gar nicht so diese eine Frage oder sowas. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile 1.000, 2.000 Interviews geführt. Ich rede einfach mit den Leuten und dann hast du ein ganz gutes Gespür, wie die drauf sind. Neben dem fachlichen Fit, das sind natürlich sehr strukturierte irgendwie Challenges, Case Studies. Also ich lasse mir das ganze Fachliche beiseite, das ist auch bei jeder Rolle anders. Aber in dem Persönlichen passen die Leute hier kulturell rein. Wir arbeiten wirklich mit den Werten und dieser Kernwert, wir haben immer einen, ich sage mal, einen Kernwert sozusagen und dann haben wir verschiedene aspirational values. Unser Kernwert ist wirklich dieses Be Real. Ich weiß nicht, ob diese App oder wir vorher waren, aber auf jeden Fall ist es so, dieses Authentischsein, Bodenständigsein, Integer. Und das ist ein, das ist wirklich der Kernwert und der wird im Hiring überprüft. Weil das sollte jeder im Unternehmen wirklich versprühen, weil wenn man das nicht, wenn man das nicht hat, dann wird man, glaube ich, nicht happy in unserer Kultur. Und wie hat man das? Ich glaube, dieses Bodenständig, No Ego, ist immer auch sehr gut, wenn so Leute so ein bisschen Selbsthumor oder haben sich nicht selbst zu ernst nehmen, dann weißt du so, okay, da ist jetzt nichts, riesige Ego dahinter. Darauf kannst du es testen. Ich glaube, allgemein siehst du das, wie die Leute sich vorstellen, worauf sie Wert legen. Wenn ich jetzt in der Vorstellung eigentlich nur eine Vita bekomme an, da habe ich da das gearbeitet und bei dem nur die Brands sozusagen bekomme, ohne eigentlich einen Inhalt, was macht dich aus, was macht dich unique, wofür stehst du? Dann merkst du schon mal so, okay, mal schauen. Und deshalb versuche ich da wirklich eher die Person, ich kennenzulernen, so wie tickst du, warum machst du was? Und das ist so, glaube ich, die Kernsache wirklich. Das heißt für mich, meistens stelle ich die Frage, warum so Startups, was macht dich da aus? Und wenn das so, wenn das so eine Negierung ist, das ist für mich schon eine starke Red Flag, ja, irgendwie gefällt es mir gerade nicht mehr hier und da, ist auch eine Beratung so, mir gefällt es gerade nicht mehr, jetzt gucke ich, ob ich einen VC oder einen PE gehe oder sonst was, aber das weiß ich auch nicht, dann ist es für mich so, hey, ich will eine Überzeugung haben, warum willst du das machen? Warum willst du unternehmerisch arbeiten? Das ist so eine Sache. Und die andere ist wirklich die Person kennenlernen. Oft, was ich sehr merke, sehr, sehr gut ist. Letzte Woche Alfred Linder von Sequoia, ich schicke mal einmal eine Woche so ein paar Thoughts rum, auch geschrieben, ist so, wenn du so ein Chip on your shoulder hast. Das heißt, du hast irgendwie irgendwas, wo du es dir selbst oder anderen beweisen möchtest. Bei mir ist das mit Sicherheit früher so gewesen, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Meine Freunde sind im Sommer irgendwie egal, segeln, Urlaub gefahren, ich komme mir das nicht leisten, ich musste arbeiten, ich musste mich immer beweisen, bei jeder Sache. Und beim ersten Mal, habe ich irgendwie zu Hause in meinen ersten 18 Lebensjahren noch nie mit Stäbchen gegessen gehabt, das muss ich im Studium machen. Weißt du, das war immer ein konstantes Beweisen bei mir. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo das herkommen kann. Ich glaube, eine andere ist, vielleicht bist du, hast extrem erfolgreiche Eltern und siehst so, ach, ich muss da in die Fußstapfen treten oder ich habe so ein bisschen so, bei vielen sehe ich so, die irgendwie sehr, sehr gut sind, aber nicht das Selbstwertgefühl haben. Und da glaube ich, habe ich eine hohe Affinität für solche Leute zu fördern, weil du so weißt, hey, die haben Motivation, die sind super gut, die sind ambitioniert, die haben nicht dieses Ego hier immer alles, jedem das unter zu jubeln, sondern wollen wirklich was und wollen wirklich was erreichen. Und da habe ich eine sehr, sehr, sehr hohe Affinität für. Und wenn ich das im Interview merke, dann bin ich schon mal 90 Prozent sold, sage ich mal. Okay, fair enough. Ein Gedanken, den ich hatte, ist, wir haben ein bisschen über Professionalisierung der Firma gesprochen, natürlich über die Zeit. Und was ja dann auch passiert ist, zum Beispiel das erste Mal eine Management-Ebene mit einzuziehen und zu sagen, okay, wir haben jetzt eine gewisse Seniorität, die wir mit reinnehmen. Was sind die Sachen, die sich verändern, die vielleicht, an die man nicht denkt, wenn man das erste Mal von, ich sage jetzt mal, wilder Haufen, du hast, glaube ich, Bastelbude gesagt, hin zu, okay, wir werden eine solide Firma, wir ziehen da eine Management-Ebene mit rein. Was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert? Ich glaube, was sich verändert, du gehst von einer sehr impliziten Kommunikation zu explizit über, es funktioniert nicht mehr. Also so, ich habe, davor waren einfach so viele implizite Sachen, die du nicht aussprechen musstest, weil jeder das wusste, zu, du hast nicht mehr den Draht auch zu jeder Person, sondern du musst explizit Kommunikationsformate schaffen, was sind unsere Werte, was sind, wofür stehen wir ein, wo wollen wir hin, was wollen wir machen? Das ist nicht mehr so in einem Vorbeilaufen, sondern es muss explizit sein. Und ich glaube, im Management selbst ist ganz interessant, so ich glaube, viel von uns ist irgendwo auch Intuition gewesen. Und by the way, hey, das ist nicht nur Management von, jetzt hast du neue Management eben, das ist genauso bei mir und meinen Co-Foundern. Das ist schon eine Umstellung. Und da glaube ich, so standardisierte Formate, Feedback, wie mache ich das? Davor war das so, hey, jeder hatte so irgendwie sein Ding und wir haben alle als Wert, so ich sollte strukturierte Feedbacks haben, die Leute sollten wissen, wo sie stehen. Aber du hast jetzt auch nie groß drüber nachgedacht, sage ich mal, dass du auf einmal, wenn du jetzt Manager hast, ja, leben die das genauso, sondern weil du hast es einfach als Intuition sozusagen gemacht und musst dann gewisse Standards und Prozesse einführen. Jetzt zum Beispiel werden wir Leadership Principles einführen, weil ich so sehe, okay, das ist natürlich auch die Departments, wie die geführt werden, sind extrem abhängig davon, was für ein Manager da auch gerade ist oder Managerin und da wollen wir jetzt auch so Principles einfach einführen, also explizite Guidelines sozusagen, wie lebe ich als Manager und was habe ich auch, was habe ich für Aufgaben, so ne, ich glaube fest dran, ich zum Beispiel, ich habe immer die Philosophie, das werde ich auch auf ewig beide halten, ich habe so eine Aversion gegen Leute, die strategisch arbeiten wollen, sondern ich sage immer so, jeder Sensor und der Manager ist letztendlich derjenige, ich glaube, es gibt es auch, wie heißt es, Servant Leadership oder sowas, das heißt also, dass du da wirklich für dein Team verantwortlich bist, du bist eigentlich der, der das Team trägt und pusht und nicht derjenige, der irgendwie vorne steht und sagt, was zu tun ist, sondern und das ist einfach so, diese Principles, wie wir arbeiten, explizit machen, Leute schulen, das ist schon, ja, musst du jetzt einfach machen und das hatte ich davor nicht so am Schirm, weil ich dachte, okay, ja, wir haben das auch irgendwie alles so intuitiv gemacht und da siehst du jetzt, musst du rein investieren und da Strukturen schaffen, ja. Gibt es Dinge, die nicht so gut funktioniert haben? Im Management oder allgemein? Ja, mit Sicherheit, du, ich glaube, wir haben sehr, sehr viele, sehr, sehr viele First Manager, inklusive mir, ja auch, mit mir ist es ein bisschen her, aber da siehst du einfach, okay, da bin ich mal mit einer Situation nicht so klar gekommen, mit Stress nicht so klar gekommen, zum Beispiel so, natürlich stehe ich unter extremen Druck bei den, bei allen, so, aber ich muss ja trotzdem immer ins Büro kommen, gute Laune haben und das Team mitnehmen, weil es bringt gar nichts, da den Druck weiterzugeben und das ist dann schon hier und da mal passiert, so, wo dann halt ein Manager da an die, wenn ich halt hohe Ziele habe, hohe Ambitionen oder was auch mal nicht so läuft, das Team das auch spüren lässt und ich glaube, das ist nie worth it. Jeder sollte transparent sein, hey, das läuft gerade nicht, aber das sollte immer und so machen wir das und wir schaffen das, so, ne, also immer den Blick nach vorne richten und dann, es gab es eine Sicherheitssituation, wo in unserem, in unserem Sales Team mal, irgendwie, auch zu viel Druck war, so, ne, in unserem Engineering Team, mal, auch im Pool, also im, im Negativen, ähm, da, Nico, ich will über, über die anderen nicht sprechen, aber das ist mein Cool von, aber, ähm, hier und da vielleicht auch mal, ähm, so Performance Management, was wichtig ist, das nicht rigoros durchgezogen, aber das sind alles Learnings und die haben wir gemacht und andere konkrete Situationen, das ist mit Sicherheit auch mal, ähm, dass du, wenn du nicht als Gründer entscheidest, ähm, ähm, auch mal, harte Entscheidungen da einfach trifft, das ist nicht nur bei Mitarbeiter, ähm, will ich wirklich mit dem Kunden zusammenarbeiten, ähm, oder nicht, so, na, das sind einfach Dinge, wo oft was falsch läuft, einfach im Day-to-Day, weil ich denke, die Leute entweder neu sind oder noch nicht komplett enabled bei TACTO und das passiert, passiert die ganze Zeit, würde ich sagen, ähm, ja. Finde ich spannend, ich meine, am Ende gibt es, glaube ich, auch viele First-Time-Manager, die hier zuhören, die da, glaube ich, äh, sich dieselben Fragen stellen und da einfach vielleicht ein paar, ein paar Schritte früher in der ganzen Entwicklung sind, ähm, gibt es andere Punkte zum Thema Organisationsentwicklung, wo du gerade sagst, hey, ähm, das war für uns noch ein Learning, das war, war echt ganz spannend, da sollte jeder mal drüber nachgedacht haben. Ich glaube, ähm, hm, ich glaube so, einmal, es ist jetzt nicht nur Organisationsentwicklung, was ich jeder, jedem Team, äh, so mit zu einer, äh, ja, nach der Series A empfehlen kann, in Recruiting zu investieren, ähm, so, na, das ist eine Sache, was wir viel zu spät gemacht haben, ähm, ich glaube so Richtung Organisationsentwicklung, ähm, was wir gut gemacht haben, was ich jedem empfehlen würde, ist so früh wie möglich, Werte, ähm, Vision, Mission, ähm, so einfach ein Grundkonstrukt zu schaffen, wo will ich hin, das kann sich auch wieder ändern, das ist gar nicht so wichtig, aber, ähm, du willst einfach so einen Organisationsrahmen haben, in dem du agieren kannst, in dem du Leute erleiden kannst, ähm, und das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig, und da sollte man sich auch nicht zu sehr verkünsteln, sondern einfach irgendwas mal haben, das kann man noch zehnmal iterieren, ähm, und das würde ich, würde ich jedem raten, und ansonsten, glaube ich, würde ich sehr darauf gucken, ähm, Feedback sehr strukturiert zu haben, so, ne, das auch zu enforcen, ähm, ähm, Leuten auch immer eine, ähm, eine Weiterentwicklungsmöglichkeit zu geben, ähm, und zu gucken, wo kann das hier passen, aber ich glaube, und das ist sehr, sehr wichtig, und das habe ich immer wieder gelernt, komplett transparent sein, es, 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 es kann nicht jeder, ähm, hier, Lead, was auch immer werden, sondern sagen, guck mal da, das kannst du sehr gut, da hast du auch noch Potenzial, und das machen wir zusammen, und ich glaube, da immer Caring sein, ne, ich glaube, auch da gibt es, ähm, Redicue Kender, glaube ich, heißt das Buch, ich habe es fairerweise nie gelesen, aber jeder sagt, wenn ich das mache, ähm, dass einfach ich gerade im Feedback wirklich direkt und transparent bin, kein Blatt von dem, es lohnt sich nie, wirklich nie, ähm, aber gleichzeitig wirklich für die Person kehren. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist sie wahrscheinlich nicht mehr richtig in der Organisation, weil ich muss letztendlich wollen, dass die Personen weiter sich weiterentwickeln, wachsen, ähm, und das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig, ähm, das immer einzuhalten, und jedes Mal, wenn wir nicht super transparent zum Beispiel Feedback gegeben haben, haben wir es im Nachhinein bereut, so, ne, und das würde ich wirklich als Grundpfeiler in, in der kompletten Organisation, ähm, verankern, ja. Du hast gerade als Ergänzung noch gesagt, beziehungsweise vorab, äh, in Recruiting investieren, meinst du in interne Kapazitäten, in externe, ähm, Partnerschaften, um zu gucken, okay, wer kann uns zusätzlich noch jemanden, äh, mit in den Talentpool werfen, was, was meinst du damit? Hm, intern Recruiting Capabilities aufmachen, weil du, ich glaube, Talente, Talente akquirieren, ist so die wichtigste, ähm, wichtigste Eigenschaft, die du als Unternehmen eigentlich in dieser Phase zumindest hast, ähm, und da, haben wir super Leute gehabt, die das bei uns machen, jetzt gerade macht es auch unser Chief of Staffman, ähm, wir haben jetzt, ähm, bald wen, der hier kommt, ähm, aus dem Büro, in dem wir sitzen, ähm, ähm, also so, da, da haben wir jetzt wen, aber natürlich, wir sind von letztes Jahr, Ende letzten Jahres waren wir, übrigens auch da zu der großen Finanzierungsrunde und so weiter, wir waren, glaube ich, 25 Leute, so, ähm, ähm, und jetzt sind wir so 70, so Ende des Jahres sind wir so 80 sein, ähm, und, ähm, da dieses Wachstum zu stemmen, so, erfordert, einfach eine sehr funktionierende, äh, Talent Acquisition Organisation, und die früh aufzubauen, ist sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, und, genau, und das meine ich mit diesem Recruiting Aspekt, ähm, und das andere ist, so, im People Bereich, du hast einfach in der, in deinem Leben des Startups hast du sehr, sehr viele kulturelle Umbrüche, so, ne, das heißt nicht, dass es für mich immer nicht so schlechter besser, sondern es wird anders, und ich glaube, da muss man das Team sehr, sehr gut mitnehmen, ähm, und auch da zeigen, hey, wir sind nicht mehr diese Bustler, wo du so, und das ist auch okay, so, ähm, sondern wir gehen einen Schritt weiter, aber ändert sich dadurch unsere Kultur, ändere ich mich dadurch, äh, irgendwie stehe ich da jetzt im, im Anzug und mache da nur noch so einen Corporate Talk, nee, auf keinen Fall, das bin ich ich, und das wird sich auch nicht ändern, und da die Leute einfach mitzunehmen, ähm, das wird taktig immer bleiben, ja, wir sind jetzt mehr Leute, wir haben ein schöneres Büro, wir haben auf einmal sehr, sehr viele Kunden, ähm, unser Spotlight und so weiter, aber das ist das, und das wird bleiben, und das wird ein bisschen anders sein, aber wahrscheinlich sogar besser, ähm, jetzt haben wir eine AC im neuen Büro, da wollte sich jeder drauf, ähm, also, da, da gibt es dann auch andere Aspekte, ähm, genau, aber da sehr, sehr nah am Team sein, das kann man auch, glaube ich, nicht outsourcen, sondern das müssen die Gründer irgendwie machen, und da auch irgendwo Vertrauen schaffen, immer, hey, wir schaffen das zusammen hier, und ich bin hier in die Trenches, always. Ich würde noch einmal zurück zum Thema Go-To-Market kommen, weil ich glaube, da gibt es noch so ein paar Sachen, die ich spannend finde, ich habe vorhin eine Frage in den Raum geworfen, dass ich die nochmal irgendwann aufgreife, ähm, und zwar einfach nur, weil es ja immer viel drumherum gibt, was alle erzählen, wie schnell man irgendwie alles machen soll, aber wie lange habt ihr gebraucht für die erste Million EAA? Ähm, wir haben die erste Million EAA, ich glaube, am 2. Juni 2023, ich weiß es genau, weil wir haben so einen riesen Scheck im Büro hängen, ähm, und haben das gefeiert, ähm, 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 da haben wir die, die ersten Millionen, und dann angefangen haben wir, äh, so, na, haben wir so, je nachdem, wie man es rechnet, zweieinhalb, drei Jahre wahrscheinlich gebraucht, ähm, genau. Okay, ja, es ist einfach nur immer, ich glaube, weil viele lesen, ah, du sollst innerhalb der ersten 12 bis 18 Monate und hier und da, es gibt ja ganz viel, was in die Richtung geht, und, ähm, ich glaube, das ist, wenn ich da einherken darf, ich glaube, ich super kontraproduktiv, ähm, aus vielen Szenen, ne, bei uns ist es jetzt so, ja, die 1 bis 10 Millionen sind entscheidend, wie schnell und so weiter, und, mh, was ich über meine Journey hier gelernt habe, das ist alles so, Retro-Perspektive-Analysen, so, die super individuell sind, guck dir die Startups hier an, Celones, super atypischen Weg, das erfolgreichste deutsche Software-Unternehmen, ähm, ist es replizierbar? Nein, so, na, ähm, und ich glaube, was man realisieren muss, auch den Weg, den wir mit Taktor gegangen, das wird nicht mehr so klappen, deshalb habe ich auch gar keine Angst, jetzt irgendwie, wenn die Wettbewerbe oder so kommen, das ist, ist eine sehr einzigartige Journey, so, jedes Startup, so, wie du das baust, was du machst, und ich glaube, den Fehler, es immer zu machen, dich in irgend so ein Cluster zu stecken, so, na, ah, die haben aber das genau so gemacht, die waren da so schnell und so weiter, ähm, weil, das, ähm, bis du übrigens an einer Stage bist, wo du so, einfach nur skalierst, so, na, kompletter Product-Market, einfach nur noch Skalierung, dann kannst du wahrscheinlich, ein bisschen benchmarken, weil du viel repetitiver wächst, mh, aber der Rest, das glaube ich, ist immer sehr kontraproduktiv, weil du irgendwie so ein Idealbild davon hast, und die Realität ist, das gibt's nicht, so, du musst ein Produkt bauen, ähm, du musst auf die Idee kommen, niemand interessiert es, ob du mir hier gleich, wenn wir fertig sind, sagst, boah, das wäre aber eine richtig geile Sache, und ich das morgen baue, oder ich dadurch mein super analytisches Gen drauf gekommen bin, das interessiert einfach niemanden, aber es gibt einfach 200 Wege, wie das erfolgreich werden kann, ähm, und deshalb viel, viel, viel wichtiger als diese, das kommt auch von Investoren, ähm, dieses Benchmarking-Sichtweise ist, common sense, baust du da ein Produkt, das wirklich Mehrwert schafft für die Kunden, oder ist das nice to have, ähm, so, ne, baust du ein Produkt, das wirklich ein Business Case hat für die Kunden, weil wenn du ein B2B-Segment bist, ist das, was dich rettet, das muss für die Unternehmen, du musst ein Geld verdienen damit, so, also diese Grundwerte, so, ne, und ist das ein Markt, der irgendwie ergiebig ist, so, ne, oder lüge ich mich so ein bisschen selbst an, so, ne, und das sind viel wichtigere Sachen, dass du wirklich so Grund-Product-Market-Fit erreichst, und bis dahin gibt es kein Journey, so, ne, ähm, das lohnt sich nicht, ja. Ja, finde ich, sehr gute Worte. Ähm, eine Frage, die sich auch immer stellt, äh, wie habt ihr für euch mit Pricing experimentiert? Ja, ähm, ähm, bis heute, aber ich glaube, das sagt auch jeder, weil ich habe das mit Person gesprungen, ähm, so, ich glaube, da ist ein konstantes Experiment, ähm, ich glaube, ganz am Anfang, jetzt ist es am schwersten, weil, ja, da bist du irgendwie, hast wenig vorzuweisen und denkst dir so, oh mein Gott, jetzt auch 500 Euro im Monat sind schon sehr viel, ähm, und, ähm, ähm, am Ende haben wir da schon am Anfang angefangen, wir bauen ein Business Case für die Kunden und sagen, guck mal da, das denken wir, können wir bei euch erreichen, das sind die Einsparungen, das ist das zusätzliche Potenzial bei uns und das Interessante im Procurement, ähm, kannst du immer viel mit tatsächlichen Einkaufskosteneinsparungen rechnen, weshalb du einen sehr, sehr tiefen Business Case hast, auch im Mittelstand und kannst sehr, sehr hohe ACs, das heißt also, ähm, Contract Volumes erreichen, ähm, genau, du machst halt diesen Business Case und dann können die Kunden auch sagen, ja, ähm, ich glaub, das da ist weniger, das da ist mehr, aber am Ende kommt er von mir aus raus, ähm, ich hab hier 100.000 Euro, ähm, kann ich dir helfen, Wert zu schaffen und dann geht's drum, wie viel Value Capture hast du davon, da hast du 20 Prozent meistens, vielleicht 30 Prozent, ähm, ähm, kann man da erreichen, vielleicht noch ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, aber das macht das Ganze, dann sehr faktisch im Pricing, ähm, ist aber bei uns fairerweise so, weil wir so einen Value Case in diesem Procurement haben, durch die Einkaufskosten easier, ist bei manchen anderen schwieriger, dann aber auch schwieriger im Sales, so, ne, ähm, und deshalb, so haben wir angefangen, ähm, und dann war es bei einem Kunden, war es so, okay, passt, bei einem anderen Kunden, äh, wenn wir jetzt keine Namen nennen, aber, ähm, war dann so, ah, nee, das hat viel zu viel, ähm, so, ne, äh, schwäbische Kultur, ähm, und da waren wir so ganz am Anfang, ähm, wir wollten ja unbedingt zusammenarbeiten und dann sind wir, ich glaube, ich haben ja ein Drittel da mal verlangt, zwischenzeitlich von dem, von dem ursprünglichen Betrag, das waren dann, keine Ahnung, ein paar hundert Euro, ähm, so im Monat, ähm, und dann über die Zeit bist du aber auch immer mehr confident geworden, du hast gesehen, so, okay, wir, wir schaffen den Wert wirklich, so, dann siehst du mal, guck mal, der Kunde hat letztes Jahr 200.000 Euro mit uns eingespart, an Einkaufskosten, so, das, dann habe ich eine Referenz, ich habe eine Customer Success Story und kann diese Business Cases auch valide immer höher bauen und das ist mir sehr wichtig, ich will da keinen Pustekuchen verkaufen, sondern so, ich will da Wert schaffen, so, ne, und ich kann diese Business Cases stacken mit, hier, guck mal da, die haben das schon erreicht, ähm, und, ähm, und dann können wir das machen. Übrigens, der Kunde da ganz am Anfang, ist immer noch Barnes, der kam mal vor, das wäre wahrscheinlich der einzige Kunde, wo ich nie eine Preiserhöhung, ähm, aktiv nachgefragt hatte, irgendwie haben wir hier so ein Event gemacht, so ein Einkaufvertreffen, und da kam er zu uns, André, Johannes, ihr habt das so gut gemacht, jetzt die letzten Jahre, ähm, wir, ähm, würden euch anbieten, dass ihr die Preise erhöhen könnt, und ich, das hat mich so gefreut, ähm, weil, ähm, ja, die da auch sehr kritisch, aber im Positiven und sehr geholfen haben in der Produktentwicklung, allgemein, muss ich auch mal einen Shoutout an unsere Kunden geben, ich glaube, die haben das Ganze hier mit aufgebaut, ich bin denen super dankbar, weil ohne die hätten wir das nicht gemacht, da sind so viele Leute, die da Herzblut reinstecken, die uns Feedback geben, die uns supporten an jeder Stelle, ähm, dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, ähm, und, ähm, hab da auch größten Respekt vor den Unternehmen, Mittelstand, die da immer ein bisschen belächelt werden, hier und da, die aber das Land tragen, die so geile Produkte da auch bauen, da hab ich wirklich großen Respekt davor, ähm, genau, und zu dem Pricing experimentieren, ich glaube, dann guckst du halt immer so ein bisschen, wie kannst du die Business Case bauen, kannst du da vielleicht jetzt auch, kannst du einfach, schaffst du mehr Wert, und kannst du auch mehr machen, ähm, und bei anderen Sachen haben wir bis heute noch nicht so ein, sollten wir mal machen, ähm, aber wir haben immer am Anfang gesagt, so simpel wie möglich, das heißt, hey, du kaufst dir die Lizenz, ist mir jetzt nicht so wichtig, wie viele Nutzer du da genau hast, weil ich will jetzt nicht, dass ihr euch da zusammen einloggt, und so weiter, also das heißt, die Komplexität komplett rauszunehmen, ähm, sondern einfach zu gucken, lass uns hier bitte zusammenarbeiten, und wenn wir Mehrwert schaffen, kriegen wir was davon, ähm, und, ähm, und genau, und dann, wenn du mehr Mehrwert schaffst, erhöhst du Stück für Stück, ähm, auch mal die Preise natürlich, und das ist aber für mich immer, ich sage denen, hey, wenn wir mehr Mehrwert schaffen, will ich auch einen Cut davon, das ist eine Partnerschaft irgendwo, und da bin ich sehr transparent, ähm, und, deshalb glaube ich, wir haben jetzt, wir werden jetzt auch so Value Metrics und sowas einführen, ähm, aber da ist jetzt für mich immer noch eine Phase, wo ich sage, einfach simpel, ich sage auch unseren Anwälten, bitte macht die AGBs kundenfreundlich, ich will da nicht irgendwie, den über den Tisch ziehen oder danach verhandeln die ganze Zeit, sondern einfach zusammenarbeiten und dann schaffen wir schon Wert, und wenn man Wert schafft, wachsen wir beide zusammen, ja. Du hast so gerade gesagt, bei euch hängt trotzdem so ein bisschen, also was heißt, es hängt viel einfach an einem klaren Business Case, also wie viel Value können wir für den Kunden kreieren, wie viel können die einsparen, jetzt würde ich natürlich, ähm, so als Laie denken, okay, dann muss ich einfach auf größere Firmen gehen, dann wird der, äh, wird das Einsparpotenzial größer, und dann kann ich gegebenenfalls, wenn ich, bleibe ich bei den 20%, wenn ich das durchziehen könnte, wenn ich auf einmal statt 100.000, irgendwie 5 Millionen einspare, dann habe ich natürlich dementsprechend ganz anderes Pricing, was daran funktioniert nicht in meinem Kopf. Ja, hoffentlich funktioniert es, aber, ähm, ne, ich glaube, ähm, eher bei uns, der Mittelstand für uns ist ein sehr, sehr interessanter Sektor, weil das ist ein Greenfield, so, ne, da gibt es keine anderen Lösungen, 90% haben, ähm, keine Lösungen jetzt, so, ne, und wir haben da jetzt schon einen sehr guten Marktanteil, so, ähm, die Lösungen, genau, also so, um den, ähm, also so, du hast so klassischen Arriba, Jagger, der Jagger-Gründer oder einer, ist auch bei uns investiert zum Beispiel, gibt es nicht so viele, ähm, die sind alle eher aus den 90ern, und richten sich tendenziell an Enterprise, das liegt aber eher daran, das ist so klassisch, naja, hier irgendwie, was weiß ich, Personi Workday oder sowas, einfach, einfach nicht möglich, ohne Cloud, ohne skalierbare Systeme, einen guten Vertrieb zu machen, ähm, oder in die Kunden schnell zu kommen, und, ähm, deshalb wir investieren zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel in so, im Hintergrund, in so Dateninfrastruktur, dass wir jegliches ERP und so weiter einfach schnell reinspielen können, ähm, genau, das heißt also, du hast diese, ähm, du hast diese Zielgruppe, die einmal, glaube ich, Software-seitig ein bisschen vernachlässigt wurde, ähm, und aber auch wahrscheinlich, naja, die ganzen Lieferketten, Einkaufsthemen, ähm, wurden auch immer stiefmütterlich behandelt, so, ne, vor Corona, ähm, war das jetzt nicht Prior-A-Topic, jetzt in den letzten fünf Jahren schon, das heißt also, da, da ist einfach Bedarf da, und diese Zielgruppe will auch adressiert werden, die haben bestimmte Bedürfnisse, die haben keine Lust, dass du immer so der Prior-B-Kunde bist, so, na, eigentlich willst du hier an Siemens verkaufen, aber, ähm, wir müssen jetzt mal dich so ein bisschen als Steigbügelhalter verwenden. Und da stehe ich dazu, ich sage so, wir bleiben in der mittelständischen Zielgruppe, wir bauen ein Produkt für die, wir arbeiten nur mit produzierenden mittelständischen Unternehmen, ähm, was heißt das für uns so, ich sage mal, ab 10 Millionen bis irgendwie, ich weiß nicht, mittlerweile eine Milliarde, 1,5 Milliarden Euro Umsatz, ähm, das ist so unsere Zielgruppe, da stehen wir für ein. Und, ähm, deshalb glaube, ich glaube daran, du kannst nicht ein Produkt, gerade in der Anfangsphase, für super heterogene Kundengruppen bauen, so, na, da kann ich dir sagen, so, der, das Food-Unternehmen Maschinenbauer X, ähm, oder sowas, mit dem wir arbeiten, so, na, ähm, also der Grundgedanke, physisches Produkt ist eigentlich egal, ob du Lebensmittel oder eine Maschine herstellst, aber das ist für uns wichtig, da verstehen wir die Prozesse, da bauen wir ein Produkt, das funktioniert, ich kann dir sagen, das schafft Wert. Hm, das ist bei größeren Unternehmen nicht unbedingt der Fall, das ist eine Ultrakomplexität, etliche unterschiedliche IT-Systeme, ich brauche lauter so Enterprise-Function, Nutzerrechte, lauter, lauter Dinge, die eigentlich gar nicht so einen Mehrwert schaffen, in der, gerade in unserer Zielgruppe, ähm, und deshalb ist für mich, so der, erst mal diese Zielgruppe, sehr, sehr interessant, und dann kommt noch eine andere, das ist bei mir vielleicht so ein bisschen, das heißt Ideologie, aber ich glaube einfach daran, dass Industrie, mittelständische Industrie, unser Weg sein kann, hier ein Innovations-Ökosystem aufzubauen, weil wenn du dir anguckst, jetzt auch vor den Märkten, interessanterweise, Dach, Mittelstand, Industrie, der Markt ist nur minimal, ich glaube 20 Prozent kleiner als der in den USA, für diese Branche, weil er hier so groß ist, weil unsere Wertschöpfung so an der Industrie hängt, weil unsere Identität so im Mittelstand hängt, und deshalb glaube ich daran, wenn du hier in Deutschland, Europa, wenn wir erfolgreich sein wollen, ist das der Sektor, wo wir das können, den Unternehmen können wir helfen, und ich muss auch sagen, ich liebe da unsere Kundengruppe, du fährst irgendwie hin, und dann ist da eine Fabrik, die bauen irgendwas richtig Cooles, stehen dafür ein, da sind die Inhaber, gehen da selbst noch durch die Produktion und kehren, sondern das ist ein Ideal, das ich liebe, und deshalb stehe ich auch dafür ein, und die Sache, das Letzte noch, mit deinem Mehrwert schaffen, das ist so, aber das ist auch in unserer Zielgruppe möglich, weil, jetzt endlich, bleiben wir bei dem Beispiel, wenn wir von den Mittelständl reden, das ist nicht die Dönerbude um die Ecke, das ist ein Unternehmen, das macht, sagen wir mal, 100 Millionen, 200 Millionen Euro Umsatz, da können viele Startups von träumen, so 100 Millionen Euro Umsatz, habe ich eben schon mal gesagt, 50 Prozent oder mehr Einkaufskosten, 70 Prozent Emissionen, bleiben wir mal bei den Kosten, das heißt, 50 Millionen Euro Einkaufskosten, so dein Average Mittelständler, 50 Millionen Euro Einkaufskosten, die kaufen dann von 1.000, 2.000 Lieferanten, 10.000 Materialien, das heißt hier so Kunststoffteile, Metallteile, Elektronik, überall auf der Welt, sehr, sehr, sehr komplex, und haben halt gerade kein Tool, um das zu managen, so und da, davon so 1, 2, 3 Prozent einzusparen, das haben wir schon bewiesen, indem ich irgendwie zum Beispiel an diese einzelnen Teile, hier sagen wir so ein Metallteil, Aluminiumteil, das hängt sehr an dem Rohstoffpreis, Aluminium, ich habe gar keine Transparenz, die Lieferanten haben mir vor zwei Jahren gesagt, als die Aluminiumpreise sehr weit oben waren, wir müssen die Preise erhöhen, jetzt habe ich aber 10.000, 20.000 Artikel im Artikelportfolio, ich weiß es gar nicht, oder kann das gar nicht tracken, und jetzt können wir mit unserem Tool sagen, hey, guck mal da, das hängt sehr stark am Aluminiumpreis, die Preise sind jetzt gefallen, du solltest hier nachverhandeln, und was ich jetzt sagen möchte, ist, damit können wir sehr, sehr, sehr viel, und sehr tief Value generieren, bei diesen Unternehmen, weil der Average Mittelständler, 50 Millionen Euro Einkaufsvolumen, wenn du es schaffst, und das ist unsere Vision, und da wollen wir hin, dass wir kontinuierlich 5 bis 10 Prozent, gehen wir in den Uppercase, 10 Prozent Einkaufsvolumen einsparen können, heißt, 5 Millionen Euro, bei deinem mittelständischen Unternehmen, direkte Profitmarge, Du musst dafür keinen Mitarbeiter kündigen, oder sowas, das ist nicht auch, wie ich gerne Software baue, sondern, du hast wirklich einfach einen Effizienzgewinn, der direkt in deinen Profiteinzahl, brauchst du auch heute als Unternehmen, und damit kannst du dann, wenn du in deinem, da wieder dein Average Mittelständler, du schaffst wirklich 5 Millionen Euro Umsatz, einzusparen, davon 20 Prozent holst, 1 Millionen Euro, ist natürlich der, der sehr große, aber nur um dir zu zeigen, ich glaube, was im Procurement so schön ist, und deshalb liebe ich das, und deshalb habe ich auch damit angefangen, du kannst wirklich, wirklich Wert für diese Unternehmen schaffen, und das Gleiche kann ich übrigens auch für Emissionen, was jetzt ein Riesenfaktor ist, aufmachen, und du schaffst es dadurch auch deine Tickets, im mittelständischen Sektor, wenn du diesen Wert wirklich heben kannst, sehr, sehr, sehr hoch zu treiben, also eigentlich wie ein Enterprise, was aber sehr unik in diesem Procurement, Space ist, weil das geht nicht, wenn du HR, Software, sonst was, weil du immer nur Prozesse automatisierst, bei uns geht es wirklich darum, wir wollen Supply Chains optimieren, so, und da heißt es da, wirkliche Werte schaffen, so, und das ist einmal Kosten, Qualität, Lieferzeiten, da gibt es eine Menge, Menge, Menge Sachen, das ist sehr, sehr, sehr komplex, wie das überhaupt funktionieren kann, können wir auch drüber reden, wenn du magst, aber da glaube ich einfach, da müssen wir, da wollen wir investieren, da brauchen wir die besten Leute, besten Engineers für, um da einfach ein Produkt zu bauen, das diese ganze Komplexität bändigt, diese ganze Daten bändigt, und das ist, jetzt schließt sich der Kreis, du hast mich am Anfang gefragt, was war der Unique Insight, das ist genau das, Supply Chains optimieren, KI nutzen, um diese ganzen Daten wirklich zu analysieren, und bessere, den Einkäuferinnen und Einkäufer, die nicht zu ersetzen, sondern denen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, das Handwerkszeug zu haben, und da glaube ich, ist ein sehr, 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 sehr tiefer Wert zu heben, und daran arbeiten wir, und deshalb habe ich gar kein Interesse, in irgendwelche Großkonzerne zu gehen. Ich habe noch eine abschließende Frage, die ich mir stelle, beziehungsweise, die sich wahrscheinlich viele stellen, die jetzt zuhören, und sagen wir vielleicht noch deutlich früher dran sind, und die sagen, hey, das klingt super, was du anfangs gesagt hast, mit Outreach via LinkedIn, und sehr, sehr klar, auf die Leute zuzugehen, und dann macht man im besten Fall eine Co-Development-Partnership, wie eng manage ich die, dass ich da auch wirklich als Firma, einmal den Wert selber rausziehe, aus der Co-Development-Partnerschaft, aber auch den Wert liefern kann, den sich die andere Seite, aus dieser Partnerschaft erhofft. Also wir haben da wirklich ein sehr, also wirklich partnerschaftliches Verhältnis, das sind bis heute unsere treuesten Kunden, die da mitgemacht haben. Das heißt, wir haben einmal die Woche, mindestens, so ein, zwei Stunden, mit den Einkaufsleitern, Einkaufsleiterinnen, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, wirklich telefoniert, sind auch mal vorbeigefahren, haben uns das live angeguckt, mit den Leuten gesprochen, mit den Einkäuferinnen und Einkäuferinnen, einfach mit denen interagiert, und waren da sehr, 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 sehr nah dran. Und ich glaube da auch, ich würde das gar nicht so, das war nicht so eine Beziehung aus, ich bin hier Dienstleister und ihr sagt mir, was zu tun ist, sondern das war, hey, lasst uns das mal zusammen machen, zahlt auch erstmal nichts, alles gut, wir zehren von eurem Feedback, das ist das Wichtigste in der Frühphase. Wir haben uns vertraut auch und wir haben einfach versucht, alles aufzusaugen, die ganzen Prototypen zu bauen, zu iterieren, bis wir auf ein Niveau kamen, wo sie gesagt haben, hey, das hilft mir jetzt was. Und da haben wir sogar, also die ersten Verträge dann wirklich würden von unseren Kunden angestoßen, wo die gesagt haben, hey, wir müssen das jetzt mal irgendwie auf ein solides Fundament legen. Das heißt also, alles wirklich investieren in Produkt bauen und Kundenfeedback einholen und nicht so viel über irgendwas anderes Gedanken machen. Und da Leute haben, die einen Beihin haben in deiner Vision, weil die erste Version deines Produkts wird kein Baumaß reißen. Dann kann ich dir versprechen, das ist utopisch und du musst, glaube ich, Leute haben, die wollen mit dir zusammen, aber die wollen dich erfolgreich machen und die haben einen wahren Need. Es ist nicht so, dass die nur sagen, oh, ich will hier ein bisschen Innovation machen, sondern die haben einen wirklichen Need und dann kannst du iterieren und das mit denen es holfen und ich würde sagen, so eng wie möglich. Ich würde sogar jetzt im Nachhinein sagen, wahrscheinlich, oder hat auch so gepasst, aber es ist, glaube ich, eine gute Idee, sich einmal mal vier Wochen bei denen vor Ort hinzusetzen, wie ein Praktikum und alles aufzusaugen, weil das sind, man ist da schon, das unterschätzt man, wir hatten gestern die Diskussion auch im Team, ich weiß noch damals, die Realität bei vielen unserer Kunden war mal, die, ich weiß noch, so mit Homeoffice, Office, habe ich gesagt, viele Kunden kaufen uns auch, dass wir, oder manchmal, dass sie ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen auch Homeoffice ermöglichen können und denkt sich, ja, weil da sind halt noch Dokumente da im Office und viele haben gar keine Laptops, sondern, aber das checkst du gar nicht, wenn du immer nur in deiner Bubble aktiv bist, sondern, ich glaube, da hilft es einfach, wirklich vor Ort zu sein, so eng wie möglich dran zu gehen, um dich wirklich komplett in die Welt da hinein zu versetzen, wie arbeitet meine Kundengruppe. So, ich glaube, damit haben wir echt vieles gecovert. André, vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke rund um den Aufbau von TACTO. Ich bin sehr gespannt, wann wir uns das nächste Mal unterhalten und zu welchem Thema und was bis dahin alles passiert ist. Bis dahin, ich verlinke natürlich sowohl TACTO als auch dein LinkedIn einfach mal in den Shownotes, dann kann man sich noch mal ein bisschen mehr angucken. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank dir und genau, ich glaube, jetzt ein bisschen Schlaf. Ich glaube, du kommst gerade aus San Francisco, hast du mir erzählt. Musst du mir noch erzählen, wie du das machst mit deinen Jetlag, hast du mir eben schon mal angeteasert. Aber ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut und weiß es sehr zu schätzen, was du auch hier irgendwie für die Startup-Szene machst und wie sehr engagiert du da auch als Unternehmer, glaube ich, bist. Deshalb, ja, vielen, vielen Dank dir und schönen Tag auch an die Hörer und Hörerinnen. für alles.